Baue ich an dem Tag Muskeln ab? Ja, ist mir das scheißegal. Ja, weil es steht absolut im Verhältnis, wenn ich dann dementsprechend mit einer formaleren Taille auf der Bühne stehe. Ja doch, wenn der Podcast rauskommt, hätte ich eigentlich schon gerne Danny vs. Bumstead gesehen. Das muss wehtun, das muss dir an die Nieren gehen, so in dem Sinne. Du musst es einfach auch mal gespürt haben, diesen Schmerz, weil das sind genau diese wichtigen Momente, die dich ja dann letztendlich stärker machen. Tanning-Service in Südkorea, Mörderscheiße, weil es war wirklich schwarz. Und da habe ich mehrere Kanister von am Tag getrunken, liebe Grüße an meine Mama. Die hat das Zeug nämlich mal rangekart. Leute, willkommen zurück. Ich habe mir heute mal wieder tatkräftige Unterstützung gesucht, denn meine Kräfte sind am Ende, muss ich ehrlich gestehen. Und damit hier heute ein bisschen interessanter Inhalt noch für euch rumkommt, sind Fabi und Chris wieder da und ich freue mich riesig, euch zu sehen. Hey Jungs. Ja, schön, dass wir da sind. Also ich glaube, wir waren das Wochenende ja sehr turbulent. Ja. Wir waren sehr turbulent. Die Saison fängt dann immer so an, man ist hochmotiviert und es macht alles Spaß und so weiter. Aber mit jeder weiteren Peak-Woche so, wenn du von Peak zu Peak gehst, also Back-to-Back, ohne jetzt wirklich dazwischen mal irgendwie abschalten zu können, und dann auch noch immer den Reisequatsch hin und her hast und so weiter, das schlaucht dann halt irgendwann schon. Ja, nichtsdestotrotz komme ich gerade frisch aus Bukarest. Insgesamt muss ich ehrlich sagen, ich bin in Europa echt schon viel rumgekommen. In Rumänien war ich vorher noch nie. Jetzt weiß ich aber auch, warum. Also das Landtag, kennt ihr das? Es gibt irgendwie so Städte oder Länder, die catchen sofort, da kommst du hin und verliebst dich direkt. Bei mir war es so in Portugal oder Spanien zum Beispiel so. Da kannst du auch, egal wo du hinfährst, das ist überall so das gleiche Flair. Also es hat einfach irgendwie so Atmosphäre. In Rumänien habe ich die ganze Zeit drauf gewartet und habe immer so geguckt, habe es aber nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich so Ostblock-Städte eigentlich richtig geil finde. Also wie gesagt, so Budapest, Prag, Warschau, alles Geniale-Städte so. Aber ich weiß nicht, mit Rumänien bin ich nicht wahrgekommen. Wart ihr schon mal da? Tatsächlich nicht, aber das Gefühl, was du beschreibst, so ist mir in Schweden gegangen tatsächlich. Also als ich in Södertalje-Stadtjam war, da wo ja der Brokoli-Feier von Gasp abgehalten wurde im Frühjahr, da habe ich auch gedacht, so war Schweden, mega cool und dann fliege ich hin und irgendwie war dort so nichts gefühlt. Und ich habe auch die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, ich suche diesen Schweden-Flair. Und ich habe ihn nicht gefunden, leider. Aber wart ihr auch in Stockholm unterwegs oder warst du noch zu der Karriere? Leider nicht. Das war das Problem. Ich war früher beruflich sehr viel in Skandinavien unterwegs, weil ich für eine skandinavische Hotelkette gearbeitet habe. Und dementsprechend kenne ich da alle Städte. Und Stockholm, gerade im Frühling, eine der absolut geilsten Städte überhaupt. Gerade für so, das ist auch eine Stadt, die kannst du so für drei, vier Tage machen. Ein langes Wochenende, aber auf gar keinen Fall im Winter. Also wirklich so im Frühling oder so ist eine der schönsten Städte überhaupt. Und dementsprechend würde ich auch immer empfehlen, wenn jemand zu dem Wettkampf in Södertalje fährt, nehmt euch Apartment und so weiter in Stockholm und fahrt dann, der Zug fährt glaube ich 20 Minuten dahin bis zur Wettkampffalle. Also das ist wesentlich entspannter, als wenn ihr da auf dem Kaff rumhängt. Ich habe auch gehört, dass Schweden echt ein Burger-Hochburg sein soll. Mein Food-YouTube-Content hat mir das gesagt. Also auch da könntet ihr das alle noch missbrauchen, wenn ihr da seid. Und das war Adam so nur zu fürnehmen. Food-YouTube-Content. Der Food-YouTube-Content, Fabi. Ja, der ist jetzt wieder so, nach der PrEP ist der ein bisschen ausgeklungen halt. Aber ich glaube, ich will nicht wissen, wie viele Stunden ich während der PrEP konsumiert habe. Ich weiß nicht, ob ich damit unterbewusst was konsumiere. Ich habe da jetzt so gekompensiert. Ich habe da jetzt keine Cravings währenddessen. Das unterhält mich nur während der PrEP irgendwie mal unglaublich gut so zum Essen. Weiß ich auch nicht. Aber was ich jetzt mal noch sagen wollte, beziehungsweise ich habe das auch beim Kumpel gesehen. Die Venue und die ganze Showhalle und so, das sah schon ziemlich geil und professionell aus. Das war absolut krass. Face Convention Center heißt das Ding. Das sah echt wieder aus wie Konzerthalle hoch 10. Also wirklich krass. Also ich muss sagen, es macht Eindruck. Aber ich sage mal so, rein für die Bühnenpräsenz fand ich es nicht optimal. Weil du hast hinter dir sehr viel Lichter und Spielerei und so. Das heißt, du hebst dich nicht wirklich ab. Auch die Fotos sind absolut beschissen. Für alle mal als Einblick. Wenn man so einen Wettkampf macht, dann muss man immer so spezielle Fotopakete buchen. Weil wenn irgendjemand von deinen Liebsten da hinten in der Reihe steht und versucht Fotos zu machen, kannst du vergessen, die kommen gar nicht so nah ran, dass du da irgendwie ein vernünftiges Foto haben könntest. Und dementsprechend bist du immer so ein bisschen gezwungen, halt diesen professionellen Fotografen da zu buchen. Und die lassen sich das natürlich immer teuer bezahlen. Und du zahlst im Voraus und weißt im Prinzip nicht, was du für Bilder bekommst. Die kommen außerdem auch immer erst eine Woche später. Das heißt, wenn du dann bei Insta eigentlich an dem Tag was posten willst oder so, wie es gelaufen ist, kannst du vergessen. Das kommt dann erst eine Woche später. Und bei den Fotos war es jetzt auch wieder irgendwie so, dass ich dachte, so ja, schade eigentlich. Weil du hast irgendwie ein geiles Paket auf die Bühne gebracht und der Hintergrund ist so unruhig. Oder teilweise noch fast ähnlich wie dein Tanning, dass so irgendwie gar keine, dass sich das gar nicht abhebt. Nicht so ein schöner schwarzer Hintergrund, wo du so richtig rausstechen würdest, sondern halt sehr viel Schi-Schi-Scha-Scha. Was bei einem Konzert sicherlich cool ist, aber bei einem Bodybuilding-Wettkampf, da stehe ich dann eher auf so eine clean Bühne. Und das war doch bei der FIBO auch, oder? Also letztes, war das letztes Jahr? Letztes Jahr im Frühjahr. Ich erinnere mich an die Bilder. Ja, ja, das war auch so ein Grund. Das war im Frühjahr 2023. Da habe ich das erste Mal live gesehen, glaube ich, auf der Bühne. Da haben wir uns aber noch nicht gekannt. Und da kann ich mich auch erinnern, da war das auch so, dass die Athlete jetzt da vor dem Hintergrundsappeluntergang sind. Ja, es ist halt schade, ne? So, dass man das nicht auf den Schirm hat. Jeder findet irgendwie coole Lichtshow und so, super. Und das kann ja auch alles gemacht werden. Aber dann wenigstens irgendwie so ein schöner, einfarbiger Hintergrund mit ein bisschen dezentem Licht oder so. Ich glaube, da wären sie besser dran. Ja, also ich meine, jeder, der mal Perfektion sehen möchte in der heutigen Zeit, der kann sich mal die D12 Pro vom letzten Jahr angucken, als da Fuhrt quasi die schwarzen Backdrops gemacht hat. Die Videos findet er auch bei Martin Fitzpatrick und beim Good Vito. Ey, das war legendär. Das sah sowas von geil aus, ne? Und von so an kriegst du auch so eingeschoben irgendwie. Eine Kundin von mir und Teamkollegin, die Kathi, die ist jetzt in der Bikini-Klasse gestartet, in Südkorea tatsächlich. Oh ja, die sind auch krank, ja. Und diese Bühne, also das war wirklich, das war irre. Also das war wirklich irre. So eine schöne Bühne einfach. Es war jetzt komplett schwarz. Es war so Skulptur, so goldene im Hintergrund und die Bühne war einfach wirklich riesig, riesig. Und die Bilder schauen sensationell aus. Ja, dadurch, dass sie nicht vor Ort war, sie hat den Tanning-Service gebucht, hat der Tanning-Service in Südkorea, Mörderscheiße für all diejenigen, die sich überlegen, in Südkorea mal zu starten. Also bucht keinen Tanning-Service, weil es war wirklich schwarz. Es war wirklich schwarz. Es war gefleckt, es war schwarz. Auf der Bühne hat es dann okay ausgeschaut. Ihr kennt es eh, Taner auf der Bühne. Da sieht man diese kleinen Schrieen nicht oder wenn Tanning einfach das Off ist. Aber so, wenn sie mir die Frontchecks schickt, es war wirklich, es war kohlrahm schwarz. Es war irre. Wie kam es, dass sie da gestartet ist? Hat sie da irgendwie einen Bezug zu dem Land oder war das einfach eine strategische Sache? Also eigentlich, sie hat gar keinen Bezug dazu. Also eigentlich, sie macht jetzt noch einen Thailand-Urlaub und sie ist ja eigentlich in der Pre-Prep. Also eigentlich war sie in einer Diät vorbereitend auf die Saison im Frühjahr, weil sie startet eigentlich im Frühjahr. Und sie hat jetzt im Herbst jetzt spontan zwei Shows mitgemacht, einfach um ein bisschen unterschiedliche Shows zu sehen, Erfahrungen zu sammeln. Und eine Kundin von ihr war auch dort. Und deswegen hat sie einfach die Shows sozusagen mitgemacht. Auch komplett ohne Erwartungshaltung, aber einfach mal auf dieser fetten Bühne zu stehen und das einfach mal zu machen. Aber er ist ja geil, ja. Ja, da erinnert mich, dass dieses Monster-Gym, also dieses Monster-Set hier. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Also Wahnsinn. Da muss man vielleicht, vielleicht ist es auch schon mal ein schönes, ein schönes Thema. Ich habe damit persönlich noch nicht bei Athleten gearbeitet. Ich sehe es bei dir. Ich sehe es aber auch, wenn man jetzt auch, ich glaube vor allem in der naturalen Szene, das ganze Thema Pre-Prep, eine Diät vor der Diät. Vielleicht ist es auch mal ein ganz spannendes Thema. Vielleicht willst du mal kurz so ein Background geben. Was ist die Zielsetzung? Wie viel hat dann die Karte noch Zeit quasi bis zur richtigen Pre-Prep? Was machst du zwischendrin? Wie gestaltet sich sowas? Also am Ende des Tages ist es ja ein vollkommen individuelles Szenario. Also das Einzige, was ich in einer Pre-Prep mache, es ist halt wieder dieser scheiß fancy Name Pre-Prep. Ja, so, ja, irgendwas Magisches, was man da macht im Zusammenhang mit der Vorbereitung und keine Ahnung. Aber am Ende des Tages ist es einfach eine Diät, um die Person in eine bessere Ausgangslage für die Vorbereitung zu bringen, damit sie in einer Vorbereitung nicht eine immens große Menge an Körperfett abwerfen muss und oder einfach eine Extended Prep, also die Prep halt ausgedehnt verlaufen muss. Also es ist ganz einfach eine Maßnahme, die Ausgangslage für die Vorbereitung zu optimieren. Kann man jetzt beispielsweise auch, je nachdem, wie man es halt gestaltet, mit welchen Personen man arbeitet, also wenn man jetzt beispielsweise mit Enhanced Athletes arbeitet, mache ich es sogar so, dass sie so die Pre-Prep in einer Übergangsphase von Blast-zu-Cruise-Plan, ja, dass sie sozusagen über diese Clearance-Periode, die jetzt Ester braucht theoretisch, um jetzt aus dem Blutkreis drauf draußen zu sein, aus dem Körper draußen zu sein, so langsam in der Pre-Prep münden lassen. Das mache ich auch oftmals, aber am Ende des Tages ist es einfach eine Diät in Vorbereitung auf die Vorbereitung. Und die kann unterschiedlich lang sein, das hat keine festgesetzte Dauer. Dazwischen, sage ich mal so, sollte eine Phase von acht bis zwölf Wochen schon liegen, damit man einfach die Kalorien wieder ein bisschen hoch kriegt, einfach so eine Zeitperiode auch schafft, wo man etwaige Diät-Symptome, die eigentlich in so einer kurzen Zeitperiode nicht auftreten sollten, aber natürlich auftreten können, damit man die wieder abschafft, damit man einfach dann relativ frisch in die Pre-Prep rein startet, mit einer guten Ausgangslage. Und ich schaue, dass ich je nach Athlet oder Athletin die Person dann so in einer Range von sechs bis zwölf Kilo über Stageweight habe ungefähr, bei sehr schweren Athleten natürlich ein bisschen drüber, geht auch natürlich, aber so um den Dreh. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Und schafft mir eigentlich immer, also ich versuche halt meine Vorbereitungen immer so zu planen, dass ich am Anfang von einer Vorbereitung schon sicherstellen kann, dass die Person auf der Bühne top-notch ausschaut. Also dass es gar keinen Raum für Zufälle gibt, weil jetzt könnt ihr natürlich auch hergehen und sagen, okay, ich habe eine Person, die hat 16 Kilo zu verlieren, die planen hat 20 Wochen PrEP, weil es wird schon irgendwie gehen, weil es wird auch theoretisch irgendwie gehen. Aber so mit welchen Ergebnissen, ja. Die Frage ist halt, wie hart müssen wir pushen, wie sehr muss die Person innerhalb von einer kurzen Zeit leiden, wie schwierig wird die PrEP? Ich kann keine Refeats machen, ich kann keine Diet Breaks machen, ich kann keine Müllung zwischendurch abbauen. Ich habe keine, also, es geht schon, aber es ist eben das optimale Szenario. Und ich will am Anfang von der Vorbereitung bereits sagen können, okay, das Outcome wird gut, das Outcome wird passend, du wirst fertig auf der Bühne stehen und das versuche ich halt mit so einer Pre-Prep zu gewährleisten. Ich finde es auch eine gute Sache. Ich meine, das Szenario jetzt gerade mit dem Athleten, wo auch so, dass ich mal First-Timer das erste Mal muss so ein bisschen dieses Baby-Fat, sage ich mal, runter. Und da muss man auch härter pushen als gedacht. Und dann hat er quasi drei Wochen vom ersten Wettkampf zum zweiten gehabt. Und der voller, härter und besser, bei gleichem Gewicht einfach nur, weil selbst in den drei Wochen schon mal der Push nicht mehr ganz so ekelhaft war, sozusagen wie runter zum ersten Wettkampf. Und das ist, glaube ich, echt entscheidend. Und das ist auch was, was ich so oft gesagt habe, auch wenn jetzt viele von euch keine Wettkampfathleten sind, für die Wettkampfathleten von euch, das ist ein Learning. Da haben wir auch schon nach meiner letzten Saison drüber gesprochen, lieber mehr Zeit nehmen als weniger. Aber vielleicht, ich meine, wir haben ja auch noch eine gute Szenarik. Ich meine, Danny, du bist ja jetzt auch quasi eigentlich fast von Prep in Prep, ne? Also ich muss mir jetzt mal raus, die Fragen keiner zu stellen. Ja. Ich bin froh, wenn ich nur antworten muss heute. Wir entlasten die bei der Steuerung. Also wie hast du es denn gemacht? Also vielleicht auch noch mal eine interessante Reflexion. Kam der Entschluss so spontan dann zu sagen, gut, okay, eigentlich läuft es so gut, dass ich jetzt mal in den Prep gehe. Du hast gesagt, du überbrüchst es jetzt bewusst ein bisschen, wie hast du es denn so gestaltet? Weil zwischen den zwei Saisons war jetzt ja auch wenig Zeit, ne? Ich überlege gerade, aber ich kriege jetzt natürlich im Leben nicht mehr zusammen, wie viel Zeit das war. Das müsste so Mai, Juni, glaube ich, gewesen sein, wo ich gestartet bin. Bin dann natürlich halt erst mal dementsprechend wieder mit den Kalorien hoch und so weiter. Rebound ist auch soweit erst mal ganz gut angelaufen, aber jetzt auch nicht verhältnismäßig besser als sonst oder so. Da habe ich eigentlich mittlerweile ganz gute Strategien aufgesetzt, wie ich das so zum Laufen kriege. Und dementsprechend hat das auch jetzt wieder eigentlich ganz gut geklappt. Hatte eigentlich natürlich vor, wie man das immer so im Kopf hat, okay, es reicht noch nicht, verbessere dich, mach wirklich signifikante Fortschritte und so weiter. Aber irgendwie diesmal, also die Vernunft hätte eigentlich gesagt, mach jetzt wirklich signifikant, erst mal lange Off-Season, große Verbesserung und komm dann wieder. Aber dieser kleine Teufel auf der Schulter hat dann irgendwie doch wieder gesagt, so Mann, die Saison war scheiße. So, du bist nicht zufrieden damit, so, du bist am eigenen Anspruch nicht gerecht geworden und dementsprechend war es dann für mich die ganze Zeit so ein nagendes Gefühl. Ich habe die ganze Zeit schon weiter kalorientisch nach oben gearbeitet, habe auch, boah, was hatte ich denn, äh, Wettkampfgewicht war irgendwie 118, 119 und dann war ich auch bei 128 dann wieder Höchstgewicht und von dem Standpunkt aus bin ich dann wieder runter. Ähm, das heißt, hatte schon wieder ordentlich was draufbekommen und hätte sicherlich auch noch weitermachen können, aber wie gesagt, da war dann einfach, irgendwann hat das so überhand genommen, dass ich gesagt habe, nee, es gibt dieses Jahr noch geile Möglichkeiten und so, hab ja jetzt auch, die Shows waren jetzt alle großartig, ne, also wie gesagt, jetzt mal abgesehen von Rumänien an sich, ähm, hat bestimmt auch schöne Seiten, ich war wahrscheinlich nur nicht lange genug da, aber, ähm, die Shows waren sich alle top gemacht und, äh, auch hohe Qualität da, äh, viele Starte und so weiter, also wie man sich das halt, äh, wünscht von den ganzen Rahmenbedingungen und dann hab ich halt gesehen, nee, komm, so, das muss jetzt irgendwie noch sein, so einfach, jetzt, deswegen hab ich es ja auch wie gesagt niemandem erzählt und mich bedeckte halt und so weiter, weil es einfach wirklich für mich machen wollte, so in dem Sinne, mir selber das nochmal zu beweisen, dass es das jetzt noch nicht gewesen sein soll für dieses Jahr, den Kampf halt einfach gegen mich selber nochmal so zu gewinnen, dass ich dann einfach ruhig schlafen kann, so in dem Sinne und, ähm, ja, von dem her gab's da gar nicht so einen, so einen harten Break, dass ich jetzt irgendwie gesagt hab, so, dass, sondern das war eher so ein schleichender Prozess, dass es von Woche zu Woche mehr an mir genagt hat und irgendwann hat's dann einfach gereicht und hab gesagt, komm, jetzt ziehst du das Ding durch. Hm. Also in so einem Fall war dann halt kein Pre-Prep notwendig, Fabi. Wenn du halt direkt zur Vorbereitung kommst, nein, da hast du wahrscheinlich einfach geschaut, dass die Gesundheit in den ersten paar Wochen wieder mehr priorisierst, wieder auf Vordermann und bringst schon dann bist du halt wieder rein. Ja, aber am Ende des Tages, Fabi, um jetzt nochmal so auf den Punkt kurz zurückzukommen, also du machst ja mit deinen Leuten, wenn sie jetzt auf die Bühne gehen, du machst ja irgendwann im Vorhinein trotzdem eine Gewichtsverlustphase, eine Fat-Loss-Phase, ja, und das könnte es theoretisch mal als Pre-Prep bezeichnen, ja. Ja, ich mein, ich mein, Bob, eben ist ja eine Frage der Planung, also ich mein, ist jetzt auch, ich hab jetzt auch Leute, jetzt auch in Bezug auf die Frühjahrsaison, ich hab jetzt auch Leute, die sind 24 bis 26 Weeks out, übrigens auch Enhanced, liebe Grüße an die Enhanced-Community, auch da kann man das machen, da hatten wir auch nach meiner Saison drüber gesprochen, dass ich mir auch mehr Zeit hätte nehmen können, ich hab Leute, die starten 24 Weeks out, ich hab aber auch einen zum Beispiel, wo ich jetzt schon gesagt hab, so du startest 16 Weeks out, weil der halt noch so fucking lean ist, so dass ich sage, ich muss dich jetzt nicht länger halten, aber ich glaub trotzdem, ist es einfach nochmal, egal ob Pre-Prep oder einfach eine längere Diät, sich Zeit zu nehmen für sein Ziel, und das gilt auch für alle Hobbyathleten unter euch. Macht erst recht, wenn ihr Hobbyathleten seid, macht's nicht mit der Brechstange. Also, ja, das sind sie dann ja auch von Damen, die dann gesagt haben, können wir euch gesagt haben, wir starten erstmal langsam, nein, ich will tausend vier Kalorien essen, fünfmal hin und her diskutiert, das war dann so ein Lifestyle-Code, wo ich auch selber so, mach's nicht, ja, und worin ist es geendet? Binge-Eating und Gewichtszunahme. Und dementsprechend ist es für alle von euch, auch für alle Hobbyathleten, das ist kein, oftmals kann man Wettkampf finde ich sehr gut auch auf den Alltag übertragen, nehmt euch Zeit und erreicht es nachhaltig und nicht mit der Brechstange, weil mit der Brechstange geht's auch meistens wieder nach hinten los. Ja. Also, ich würde hier noch gerne, deine Peter. Mach ruhig, mach ruhig. Na, ich möchte dann nie noch auf dein, auf dein Wettkampf zu sprechen kommen, weil mir das interessiert, wie das dann dort abläuft. Ich hab grad mal nachgeguckt, ich Idiote, ich hab ja mein Tracking-Sheet hier dementsprechend offen und ich kann jetzt genau sagen, wann was war. Insights. Hat mich jetzt auch mal interessiert. Also pass auf. Kannst du dann den Bildschirm teilen, wenn nix drinnen steht, was, was läuft. Steht einiges drin. Hätte ich vorher ein bisschen aufräumen müssen, aber können wir was nicht mal machen. So eine Spalte ist ja schnell mal versteckt, wenn man weiß. Also pass auf, der letzte Wettkampf war am 2.6. der Olympia-Amateur in Alicante und meine Vorbereitung in dem Sinne hab ich dann gestartet im, das war am, oder wo ich's mir offiziell vermerkt hab, war der 25.8. Also, wenn man so will, knappe drei Monate, wenn man so will. Genau. Und dann ging's wieder runter. Seit 25.8. Das ist eigentlich relativ, also relativ, relativ lange Übergangsperiode, weil wenn jetzt Ende August gestartet bist, war ja September, Oktober und that's it. So in acht Wochen, acht bis zehn Wochen hast du vielleicht gepackt. Ja, aber auf der anderen Seite wäre ja auch schlimm, wenn ich mehr gebraucht hätte, weil ich bin ja gerade erst aus der Vorbereitung gekommen in dem Sinne. Also da war jetzt noch keine Möglichkeit, so viel Fett draufzuschmeißen. Ja, Danny, du wirst wachen, weißt du, acht Wochen Post-Show bei vielen Leuten. Ja, du hast auch recht, ja. Aber ich hab dann anderen Anspruch und bin mittlerweile einfach drüber. Ich kann mich auch noch an meinen ersten Wettkampf erinnern, wo ich auch drei Stunden am Frühstücksbuffet gefressen habe, im Hotel so und einfach kein Ende gefunden hab. Mittlerweile esse ich nach meinem Wettkampf, ihr könnt's, ich hab gestern ein Bild gepostet, was ich gegessen hab nach meinem Wettkampf. Das war eine ganz normale Mahlzeit und eine Schüssel Beeren dazu, einfach was Frisches so in dem Sinne, weil ich auch einfach weiß, du bist an diesem Punkt nicht befriedigt, egal was du isst. Du suchst zwar diese Befriedigung irgendwie durch Pizza und noch Süßigkeiten und was weiß ich, aber der Punkt wird nicht kommen. Du wirst unglücklich ins Bett gehen, auch wenn du sechs Pizzen gegessen hast. Und da bin ich jetzt einfach mittlerweile drüber zu sagen, ich mach das dann irgendwann später, zwei, drei Wochen, das läuft mir nicht weg, wenn sich alles wieder normalisiert hat. Und dann kann ich das auch genießen, weil du bist ja auch nach dem Wettkampf vom Kopf noch so aufgewühlt, du bist so mit deinen Gedanken woanders. Wenn du mir jetzt irgendwas Geiles vor die Füße schmeißt, was ich dann essen kann, dann kann ich das ja auch in dem Sinne gar nicht so genießen, als wenn ich jetzt zwei, drei Wochen später runtergekommen bin, Zeit hatte, das alles zu realisieren und mich dann ganz entspannt auf eine schöne Mahlzeit einlasse. Den Fehler machen halt sehr, sehr viele und wie du selber sagst, ich hab auch schon Sachen gesehen, wo sich Leute innerhalb von ein bis zwei Wochen wirklich Monate Diät verkackt haben und das ist auch immer so ein Irrglaube und ganz wichtiger Tipp für alle da draußen. Der Körper zählt jede einzelne Kalorien, so von wegen, Kalorien werden nicht aufgenommen und so ein Scheiß klemmt euch das. Wenn ihr 10.000 Kalorien esst, werden davon auch wahrscheinlich 9.999 ausgenommen und die sieht man natürlich im Endeffekt jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen, aber macht das mal eine Woche und dann könnt ihr euch auch sicher sein, messt mal eure Hautfalten, da richtet ihr einiges an Schaden an und ihr könnt wirklich Monate Diät in einer Woche komplett wegschmeißen. Das ist auch für 99% der Athleten so, die dann kein Gefühl haben und die dann sagen, oh, jetzt hab ich vier Tage gefressen, jetzt seh ich viel besser aus als On-Stage Schnee. Du würdest aussehen wie ein Waschlafen, wenn du dich jetzt On-Stage stellen würdest. Du bist halt einfach ein bisschen praller und das war's auch. Das sind immer die Besten so. Nach der Show am nächsten Tag ein Cheatmeal fettgessen am Abend und dann ein Bild aus dem Gym, natürlich mit ordentlichem Pump so, ja, ich sehe heute viel besser aus, wir sollten das nächste Mal Shitload machen so. Ja, natürlich siehst du ein Bild im Gym auf Pump in anabolen Licht und keine Ahnung was, natürlich schaust du da Org aus. Aber wo sind die Glutstreifen? Wo sind die Glutstreifen dann? Der Punkt ist, was ich bei mir jetzt auch wieder in dieser Vorbereitung gemerkt hab, immer wenn ich vor der Show gut aussah, dann war ich auf der Bühne scheiße und wenn ich vor der Show aussah wie ein Lappen, war ich auf der Bühne gut. Also man muss eigentlich diesen Punkt erreichen, wo du erstmal nicht gut aussiehst, wenn du einfach mal so nebenbei in den Spiegel guckst, dass du dir schon Sorgen machst, dass du denkst, Mann ey, was ist mit mir passiert? Dann siehst du in der Regel auf der Bühne gut aus und wenn du schon zu prall, zu voll, zu adrig und so weiter, diese ganzen, dann wirst du wahrscheinlich nicht hart genug. Ja. Und da muss man ja sagen, also das können wir jetzt auch mal als Reflexion für die letzten zwei Shows nehmen, also das war ja auch wirklich jetzt das Beste, was du jemals gebracht hast, glaube ich. Ja. Also ich habe jetzt wenig High-Quality-Material gesehen, aber ich glaube, das ist auch egal und ich glaube, ich meine, unabhängig davon, was jetzt in Prag passiert, wo jetzt natürlich nochmal sowieso die Daumen ganz fest gedrückt sind, aber ich glaube, dass du da jetzt in der Anwälterschaft eindeutig ganz oben stehst, ich glaube, das ist inzwischen indiskutabel und ich meine, ich weiß, das ist dir persönlich auch scheißegal, weil eben, es hat nicht gereicht, sozusagen halt, aber ich fand auch, dass er jetzt dieses Mal mit dem Gesamtziel auch noch deutlich knapper oder enger gewirkt, als es auch noch in Polen der Fall weit gesagt hat. Also ich habe den, ich habe jetzt nicht neben dir gesehen, ich habe nur ein alleinstehendes Video gesehen und da dachte ich mir so, okay, kann man schon drüber sprechen. Also dass er so dran kratzt jetzt mit diesem Conditioning, ich glaube, das ist ja gar keine Frage mehr. Ich glaube, den Award für the most conditioned on stage hast du definitiv bekommen. Also das kann man definitiv sagen unter den Amateuren. Aber wenn man jetzt ein E-Mail anschaut, der E-Mail war auch hart, aber der Standort bei den Profis schon. Aber na, war sehr, sehr crazy. War sehr, sehr crazy. Also ich glaube, du kannst da selber auf die Schulte klopfen, weil das jetzt auch nochmal ein ganz anderes Paket ist, als du einerseits in der frühen Saison gebracht hast und auch 2023, als ich die an der FIBO live gesehen habe. Es war, es war schon sehr wild. Und ich meine, das Witzige ist ja immer, 2023 habe ich ja auch schon gedacht, ich mache alles richtig, aber ihr wisst selber, wie es ist. Rückwirkend betrachtet, jedes einzelne Jahr, es hat noch nie, es war noch nie der Punkt, wo das aufhört. Wenn du zurückguckst, fährst du dir nur an den Kopf, was du alles suboptimal gemacht hast und dass es Gründe dafür gab, warum du noch nicht weiter bist. Kein einziger von uns wird jemand zu dem Punkt kommen, wo er sagt, ich habe alles ausgereizt, ich habe alles perfekt gemacht. Jedes Jahr, wenn ich zurückgucke, dann denke ich mir, was für eine Liste an Sachen, die ich mir hätte klemmen sollen oder hätte besser machen sollen und so weiter. Und jetzt halt auch. Wie gesagt, bin komplett neue Wege gegangen, habe mich wesentlich mehr runtergezogen, bin wesentlich drastischer vorgegangen, zum Beispiel am Showtag, wirklich dann auch gar nichts zu essen, bis abends sind Finale um 20 Uhr und so weiter, weil einfach mein Problem nicht Muskulatur ist, sondern meine Mittelpartie. Und bevor ich da jetzt irgendwie noch 100 Gramm Reis vertilge, der mir vielleicht noch im Magen liegt, weil ich nichts trinke, lasse ich es halt lieber sein und sorge halt dafür, dass mein Ranzen drin ist, so in dem Sinne. Das ist dann strategisch für mich der bessere Schritt. Er ist auch an dem Tag zum Beispiel überhaupt gar kein Protein, keine einzige Proteinquelle, weil die auch nur wieder Potenzial liefert, den Bauch auch zu blähen. Baue ich an dem Tag Muskeln ab? Ja, ist mir das scheißegal. Ja, weil es steht absolut im Verhältnis, wenn ich dann dementsprechend mit einer schmaleren Taille auf der Bühne stehe und dementsprechend muss man halt einfach, das habe ich halt früher zum Beispiel nie gemacht, da war das dann immer so, okay, doch noch irgendwie ein bisschen Hühnchen mit Reiswahl, was leicht verdaulich ist, aber warum eigentlich? Das ist völlig bescheuert. Oder dann halt auch über den Showtag noch so Mahlzeiten zu essen, um sich dann bis abends irgendwie noch voll zu machen. Nee, voll machen machst du dich in den Tagen vorher so. Und muss halt irgendwie ganz andere Wege gehen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch die Strategie angewandt, dass ich nicht direkt am Tag vor dem Wettkampf geladen habe, sondern zwei Tage vorher. Und der direkte Tag vor dem Wettkampf war mehr so ein Ausgleichstag, dass ich mehr auf Erhaltungskalorien gegangen bin, mit den Fetten wieder ein bisschen hoch, um dann Wasserhaushalt, was gegebenenfalls beim Laden mit draufgekommen ist, wieder zu regulieren. Bin dann am Wettkampfmorgen sogar auch noch eine große Runde spazieren gegangen und so weiter. Und das hat alles sehr, sehr gut diesmal funktioniert und ist genau in die Richtung gelaufen, dass sich mein Look halt wirklich ins Positive für meine Situation verändert hat. Jeder muss ja eine andere Strategie fahren, weil jeder ja auch andere Schwachstellen hat, die er ausspielen muss. Wenn jemand jetzt unbedingt vollkommen muss, würde ich andere Schritte gehen. Aber das ist bei mir halt nicht das Problem. Und deswegen war diese Strategie insgesamt und dieser Weg, den ich jetzt immer feiner und feiner von Wettkampf zu Wettkampf mache, irgendwie scheinbar genau der richtige. Ich würde auch sagen, weil wahrscheinlich pauschal überhaupt 90, 95 Prozent der Athleten profitieren davon, lieber, ich rede jetzt hier von einem feigen Grad, aber lieber etwas flacher und etwas härter als etwas voller und etwas weicher zu kommen und zu sagen. Sodass diese paar Prozent Conditioning, die holen, finde ich, alleine schon immer so in der optischen Erscheinung, wie man raussticht, gerade in vollen Startanfällen holen, die finde ich wahnsinnig, wahnsinnig viel raus. Und ich sage mal, das ist auch eben was, wo ich jetzt sagen muss, und deswegen da auch vollsten Respekt, dass du die Entscheidung getroffen hast. Das ist was, ich finde diesen Weg alleine wahnsinnig schwer zu gehen. Ich habe jetzt in meinen beiden Selbstcoaching-Jahren, ich meine auch, wenn wir die Peak Week zusammen gemacht haben, das war ja dann trotzdem irgendwie, ich hätte ja das Boot ja schon in eine gewisse Richtung gesteuert und irgendwie 2022 habe ich mich dann pre-stage schon ein bisschen zu voll gemacht. Das war eine gute Saison gewesen, aber dann zu voll gemacht, weil ich dachte so, oh, ich muss vollkommen sozusagen. Und zwar, und jetzt, nee, das war 2022. Und jetzt 2024 hatte ich mich halt echt so runtergezogen irgendwie vorher, das ist dann schon irgendwie zu lange im Loch verbracht irgendwie und das Selbstbeurteil ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer, da subjektiv mit sich zu sein. Nicht zu hart, nicht zu weich. Die erste Peak Week haben wir eh verkackt. Die haben wir eh verkackt. Da habe ich mir eben auch gedacht, so jetzt, damit du, damit du onstage nicht zu flach wirst, ja. Da war es wieder onstage, ein ganz anderes Endprodukt und wir haben nicht drauf reagiert. Eben. Und All Stars Classic war dann auch schon deutlich besser und wir feiern eh noch fest. Das steht auch in der Frage, weil es steht erstmal, jetzt möchte ich eigentlich erstmal wirklich, ja, wenn der Podcast, ja doch, wenn der Podcast rauskommt, hätte ich, hätte ich eigentlich gerne schon, hätte ich eigentlich schon gerne Danny vs. Bumstead gesehen. Ja. Voll. Da bin ich auch mal, da bin ich noch was gefasst. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, ah, das wollte ich auch noch sagen, du hast ja am Wettkampftag, wir können nur 400 Mehl oder so getrunken, ja. Ja, wenn es hochkommt, ja. Das ist halt auch sowas, ja. Das war morgens, ähm, 200 Milliliter Espresso und dann halt nur die Schlücke vorm Prejudging, die ich gebraucht habe, um zu überlegen, so in den Sinne, weil auch wieder echt viele Vergleiche dann hin und her geschickt wurden und so weiter. Und da geht es natürlich dann immer, dann nehmt lieber einen Schluck mehr, als dass ihr am Ende von der Bühne fahrt, so ungefähr, oder nicht die Performance bringt, weil ihr müsst euch natürlich auch präsentieren. Das heißt, da bringt es dann irgendwie nicht, äh, auf 100 Milliliter zu verzichten, weil die Entscheidung wird ja eh im Prejudging getroffen. Das Ding ist halt, das Prejudging war jetzt in dem Fall um 14 Uhr, also bis dahin durchzuhalten, ist jetzt, ist jetzt kein Ding, wenn man das zwei, dreimal durchgemacht hat, dann kann man da gut mit leben, das ist gar kein Thema. Das Ding ist halt einfach nur, ähm, die Entscheidung für den Gesamtsieg, die wird halt um 20, 21 Uhr getroffen. So undankbar. Das heißt, wenn du dann von der Bühne kommst und du standest auch in der Mitte und du weißt ganz genau, okay, du bist der Mix und du wirst auch darum kämpfen können, so, weiter, wie gesagt, in meinem Fall die Strategie weiterzufahren, nichts essen, nichts trinken und ich bin sogar nochmal nachgezogen in dem Sinne, also es hat auch wunderbar geklappt. Also ich schätze mal, wie gesagt, 200 Milliliter Schlücke waren es einfach nur, um das Prejudging zu überstehen, aber danach habe ich dann auch wieder zurückgezogen und ich muss ehrlich sagen, was auch witzig war, in den vergangenen Jahren bin ich echt immer von der Bühne gesprintet und habe dann immer direkt einen Liter getrunken oder so, ne. Diesmal war ich mit dem Kopf irgendwie so enttäuscht wieder so, dass es nicht geklappt hat, dass ich erstmal gar nicht, ich habe gar nicht daran gedacht, wieder bei mir und bei diesen ganzen Prozessen habe ich schon wieder in Prag gedacht und so weiter, dass mir das erstmal voll scheißegal war. So, ne, also sogar auch irgendwie mit einer ganz anderen Einstellung als so in den letzten Jahren, irgendwie wie ich da rangegangen bin. Nicht so dieses, oh geil, der Wettkampf ist vorbei, ich muss jetzt mir direkt irgendwas reindrücken oder so, sondern das ist halt wieder so, aber das lernt man mit den Jahren. Kurzfristige Befriedigung und langfristige Befriedigung und so, ne. Dieser Schluck Wasser oder dieser Burger oder was es auch immer sein soll nach dem Wettkampf, der gibt dir halt zwei Minuten was so und danach ist es auch wieder gut, aber so dieses auch mal reflektieren, und das mal richtig fühlen, weil das kann dir ja auch wieder Feuer geben, so, ne. Also wenn du diesen Wettkampf einfach so oder diesen Moment der Niederlage zu sehr umgehst und den einfach irgendwie so nebenbei erlebst, macht der vielleicht nicht das mit dir, was eigentlich nötig gewesen wäre, damit du dich verbesserst. Das muss wehtun, das muss dir an die Nieren gehen, so in dem Sinne. Du musst es einfach auch mal gespürt haben, diesen Schmerz, weil das sind genau diese wichtigen Momente, die dich ja dann letztendlich stärker machen. Hätte ich diesen Moment zum Beispiel im Frühjahr nicht gehabt, hätte ich jetzt nicht so auf der Bühne gestanden. Wisst ihr, was ich meine? Also dass man halt das auch irgendwo wahrnehmen muss. Und da habe ich dann irgendwo wahrscheinlich auch bewusst gesagt, nee, komm, scheiß jetzt mal erst mal auf den ganzen Kram. Ich habe dann irgendwie, glaube ich, 40 Minuten später was getrunken oder so. Erst mal jetzt das für den Kopf mitzumachen, das war mir in dem Sinne echt viel wichtiger. Aber auch so diesen Schritt zu gehen, so viel über den Showday an Flüssigkeit einzubüßen, also da nichts zu trinken und so, das machen auch die Wenigsten, die sich im Selbstcoaching befinden. Ja, die bekommen das erste Mitarbeiter am Rande. Die versuchen sich da am Showday schon über Wasser zu halten mit ein bisschen Food, ein bisschen Wasser und so. Und dadurch, also dass du dich selber coachst und wirklich dich selber so restriktieren kannst, das zeugt schon von einem hohen Maß und ich würde jetzt nicht sagen, einer hohen Disziplin oder so. Aber du kannst schon auf jeden Fall leiden mit einer hohen Leidensfähigkeit. Also ich, also deswegen, und deswegen muss ich auch sagen, also nach den letzten zwei Saisons, ich würde es mir selbst nicht mehr antun wollen, so. Weil, da kann ich sagen, und deswegen habe ich da auch den höchsten Respekt vor, wirklich individuelle Bestformen, nicht individuelle, sondern auch objektive Bestformen zu bringen sozusagen am Stage. Weil das ist, man zermatert sich so den Kopf, ne. So teilweise, ich saß, ich saß zu Hause, ich hab so einfach nur, nicht, ich hab mit meiner Partnerin einfach so eine halbe Stunde reflektiert, soll ich jetzt was essen oder nicht, verarsche ich mich gerade selber, will ich mir jetzt gerade Essen geben oder brauche ich ein Refit und sowas halt. Und diese mentale Last, eine objektive Entscheidung zu schaffen, die ja in die eine oder andere Richtung negativ beeinflusst sein kann. Du kannst zu hart zu dir sein, du kannst zu weich zu dir sein. Ich finde, es ist wahnsinnig herausfordernd, da diesen richtigen Weg zu gehen. Schwer ist es auf jeden Fall, aber ich sehe es halt so, guck mal, in dem Sport wirst du mit ganz vielen Herausforderungen konfrontiert, in jeglicher Hinsicht. Dein erstes Mal 200 Kilo Kniebeugen, das erste Mal deine Diät unter 2000 Kalorien, es gibt immer so Meilensteine, die musst du dich erstmal reinkämpfen, das würde ein Mensch von der Straße jetzt von heute auf morgen so erstmal nicht machen. Und das ist auch völlig okay so, weil das ist ja das, was auch letztendlich dieses Wachstum jetzt nicht nur von dem Körper, sondern auch von den Metallen mit sich bringt. Und für mich war es nie eine Option zu sagen, oh, da ist was, was ist schwer, davor drücke ich mich jetzt, also drücken in dem Sinne, es ist völlig okay, wenn jemand den Prozess abgeben will, aber für mich war es immer reizvoller, genau das selber für mich durchzumachen und genau diese Fähigkeit zu erlernen. Dass ich sage, okay, es fällt mir schwer, ja, allen anderen auch, so, wir haben alle die gleichen Probleme, aber ich möchte am Ende der sein, der sich dieser Herausforderung gestellt hat und auch daran gewachsen ist. Das war für mich immer extrem reizvoll, weshalb ich diesen Weg auch weiterhin alleine gehen werde und es auch genieße, das alleine zu machen. Weil alle Punkte, wie gesagt, das ist ja auch kein Hexenwerk in dem Sinne, meistens spielt halt wirklich nur der Kopf verrückt. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwie was nicht wüssten und Chris gibt jetzt Fabi irgendeinen super Geheimtipp, von dem er noch nichts wusste oder so. Okay, das kommt unterm Strich mal irgendwie hier und da mal vor, wir geben uns alle mal irgendwie einen Tipp und so. Ah, cool, das wusste ich noch nicht oder so. Aber es sind jetzt nicht diese riesen Geheimnisse, was die Leute sich immer beim Coaching vorstellen auf unserer Ebene, sage ich jetzt mal so. Aber das waren dann immer so Punkte, wo ich gesagt habe, so, da will ich auch irgendwo mitwachsen und eigentlich ist das ja auch sehr objektiv. Ich habe mir die letzten Bilder vom Wettkampf angeguckt, habe das reflektiert, du warst zu fett und die Mittelpartie war nicht unter Kontrolle. Okay, das kriegst du ja gefixt so. Das ist ja jetzt kein, da brauchst du jetzt kein Doktortitel für, um das anzugehen in dem Sinne und habe dann einfach die Schritte eingeleitet, die dafür notwendig sind und in dem Sinne war es dann einfach auch ganz einfach, das umzusetzen, wenn du halt weißt, was du zu tun hast. Aber genau da ist halt der springende Punkt, dass viele halt diese Fähigkeit dann vielleicht nicht haben, genau das einschätzen zu können. Ich glaube einfach, die zeichnet und das habe ich ja schon seit Tag 1 gemerkt, als ich die näher verfolgt habe und seit Tag 1 gemerkt, wo wir uns näher kennengelernt haben, die zeichnet trotzdem ein hohes Maß an emotionaler Distanz zu deinem eigenen Prozess aus irgendwo. Ja, natürlich im Hinblick auf die Erfolge, die du feiern willst und dass du vorankommen willst und so natürlich ist es immer irgendwo mit Emotionen behaftet, aber so deinen eigenen Prozess objektiv zu betrachten gelingt dir, glaube ich, um einiges besser, als es 90% aller Athleten draußen, die auf deinem Level sind, gelingt. Also das kann ich dir auch aus der Erfahrung zeigen, die ich mittlerweile habe. Das können nicht viele. Also diese Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt richtig treffen, können nicht viele, weil sie eben von Emotionen beeinflusst werden und sich selber eben nicht so objektiv betrachten können, wie du das machst. Dass du dir selber Bilder anschaust, dir in der Situation anschaust, okay, was war nicht gut, was war gut, das sofort, das sofort, ja, eben, wie gesagt, reflektierst und dahingehend gute Entscheidungsfindung betreibst, wie man auf der Bühne unschwer kennen konnte jetzt. Also das ist schon Arbeiten auf einem hohen Niveau. Ich glaube, du bist dir dessen gar nicht so wirklich bewusst. Was mich interessieren würde, warst du mal irgendwann in der Vergangenheit, warst du mal emotionaler, also jetzt im Hinblick auf, im Hinblick auf Essen, im Hinblick auf Training, dass du diese ganzen Dinge nicht so objektiv beurteilen konntest und hat sich das über die Jahre irgendwie entwickelt? Wie war das? Ja, spannender Punkt, gerade in Bezug auf Essen, da kommt es wieder, meine Exit-Strategy vom Bodybuilding ist ja auch Foodblogging, weil ich früher, ich war wirklich jeden zweiten Tag essen, ich habe meinen Studenten-Aushilfsgehalt, was ich da nebenbei an der Kasse mir zugejobbt habe, war ich komplett verfressen, weil ich das einfach voll genossen habe, irgendwie durch die Gastro-Szene irgendwie neue Läden zu entdecken, neue Sachen zu probieren und so weiter. Bin in dieser Zeit natürlich auch immer viel zu fett gewesen, weil ich das halt voll ausgekostet habe, habe das aber halt noch nicht so gesehen, weil der Sport da noch nicht so einen, hatte schon so einen Stellenwert, aber habe ich noch nicht auf so einem Level agiert wie jetzt, dass ich das halt so akribisch gemacht hätte. Das heißt, da war die emotionale Bindung zu essen absolut krass und es gab wirklich so eine harte Übergangsperiode für mich, wo ich das abgestellt habe, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, wenn ich jetzt im Sport vorankommen will, geht das halt so nicht mehr, nicht in dem Umfang und da war dann so eine Zwischenzeit, das war auch für mich ein spannender Prozess, wo ich dann so versucht habe, so einen Mischmasch draus zu machen. Also ich bin dann viel essen gegangen, aber dann halt immer so Steakhouse oder so. Also was halt, ob ich mir jetzt hier zu Hause ein Steak auf dem Teller lege oder ein Steakhouse, ein Steakhouse kostet es einfach nur das Dreifache und in der Regel stinkt der Kellner noch nach Rauch. Das spare ich mir zu Hause auch so. Also eigentlich ist es zu Hause besser, aber ich wollte halt nicht davon ablassen, so mit diesem Essen gehen und dieses Auswärts und so und das hat mir irgendwie viel gegeben. Bis ich dann aber irgendwann immer realisiert habe, es gibt mir eigentlich nicht mehr das, was ich so gesucht habe von früher, weil wenn du jetzt nicht wirklich auch diese geilen Cheatfoods hast und so weiter, wie gesagt, jetzt ist ein Stück Fleisch und eine Kartoffel so, das mache ich mir auch selber. Und das war echt so eine Phase, wo ich dann auch so ein bisschen so diese emotionale Bindung ablegen konnte, was aber echt schwer für mich war, weil das halt eine Sache war, die mir schon sehr wichtig war im Leben. Mittlerweile stehe ich da voll drüber. Ich habe gar nicht mehr den Anreiz, wenn ich was Geiles essen will, dann koche ich mir das zu Hause selber. Es wird auch in der Regel besser, weil ich da auch echt gute Fähigkeiten in der Küche habe so, als wenn ich mich jetzt daraus verlasse, irgendwo essen zu gehen und dann wieder enttäuscht zu werden. Es war aber ein harter Prozess. Das klingt jetzt alles so einfach und dass ich das jetzt so mache, sieht nach außen hin vielleicht so aus, als ob mir das in die Wiege gelegt wurde. Ganz im Gegenteil. Früher war es halt echt krass und mich von dieser Phase zu lösen, ist mir echt schwer gefallen. Das zieht sich auch auf alles andere durch, weil du dir gerade die Frage gestellt hast. Ich bin durch den Bodybuilding-Sport der rationalste Mensch der Welt geworden. Also das höre ich halt immer wieder und das kommt mir natürlich auch im Coaching zugute, weil ich da halt echt die Fähigkeit habe, das dann auch auf Klienten zu übertragen und so weiter. Im Sport gesehen ist das alles sehr positiv. So im privaten Umfeld und auch in Beziehungen und so weiter ist es aber auch ein Punkt, der halt für sehr viel Konfliktpotenzial sorgt. Weil ich halt oftmals einfach auch diese ganzen Punkte dementsprechend mit der gleichen Rationalität angehe, wie ich auch den Sport angehe. Also stellt euch das irgendwie so vor, jeder, der schon mal Trennen genommen hat, kennt so diese Gleichgültigkeit so, dass du dann irgendwann, ist ja alles scheißegal und du guckst halt nur noch auf dein Ziel und hast so diesen Tunnelblick. Und das habe ich halt die ganze Zeit in dem Sinne. Wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile. Für den Sport ist es auf jeden Fall sehr zuträglich und es ist für mich jetzt auch keine große Hürde, das so zu machen, sondern es ist für mich normal. Es fühlt sich für mich gut an, es fühlt sich für mich normal an, ich möchte das so. Aber ja, so viele positive Seiten, wie es hat, so viele negative Seiten hat es dann auch wieder in anderen Bereichen des Lebens. Mensch, ich glaube, ich kann das auch einfach so eingestehen. Das ist auch so ein bisschen das Takeaway von meinem Selbstcoaching-Prozess. Der war jetzt nicht unerfolgreich. Der hat aber auch nicht zu dem Erfolg geführt, sozusagen so den du da hattest. Das war jetzt alles keine schlechten Scheu über diese zwei Saisons, wo ich es selbst gemacht habe, aber auch keine, die so gut waren, wie sie hätten sein können halt. Und ich muss sagen, für mich, ich würde mich auch zu einem großen Teil als rationalen Menschen bezeichnen, aber für mich schwingt diese Emotion sozusagen halt eben immer mit. Das ist ja auch was, wo ich halt eben, das merke ich jetzt so, muss ich auch sagen, das ist jetzt für mich, wie du sagst. Also für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt den Mehrwert vom Coaching betrachte, der größte Mehrwert für mich als Coach ist jetzt kein Geheimtipp von Chris, aber die beruhigende Stimme zum Beispiel, meine ich mal halt, einfach nur mal zu sagen, einfach mal das zu sagen so, dann bin ich eben nicht hoch emotional, aber emotionaler als ich in gewissen Situationen sein sollte. Und das finde ich dann auch so, das hat so viel Respekt für mich, in meinen Momenten selbst zu sagen so, halt jetzt mal die Schnauze und mach einfach. Nein, du musst jetzt nichts anders machen, nein, es muss sich jetzt nichts ändern, nein, du kannst jetzt eben einfach mal weitermachen. Und da merke ich, bin ich bei diesen ganzen Sachen, auch wenn ich so ein geiles Training hatte oder ein Posing mache oder sowas, da bin ich so, bin ich zum Beispiel emotional und da ist es für mich zum Beispiel ein emotionales Outlet, ist dann zum Beispiel in Richtung Coach teilen zu können sozusagen halt und dann den Enthusiastmus sozusagen nicht rauszunehmen, den ich mir selbst rausnehme, wenn ich es nur mit mir mache sozusagen. Aber es ist spannend, da muss man sich eben erkennen und gucken, was funktioniert und das ist das Wahnsinn. An alle Zuseher und Zuseherinnen, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich solche Insights auch interessieren, weil wir jetzt das ja in unsere Prozesse irgendwie eintauchen. Aber ich finde das mega interessant, jetzt auch einmal so in die Richtung auszurufern. Wir werden jetzt dann noch ein paar Fragen angehen, also bleibt unbedingt dran. Aber ja, ich finde so generell, Emotionalität im eigenen Athletenprozess ist ein super spannendes Thema. Ja, 100 Prozent. Ich meine auch mal, was Disziplin angeht. Wir sind hier bei Danny heute zu Gast, von daher könnt ihr zwar alle daran denken, abgesehen von Fragen, einfach mal Alarm in den Kommentaren zu machen etc., weil das ist die zweite Woche, wo Danny frisch aus dem Ausland von dem Wettkampf kommt und die einfach sich direkt zwei Tage später einen Podcast-Demi reingemacht hat. Also dementsprechend, das alleine ist die Masse und Disziplin. Also denkt dran, supportet das Ganze. Und ich mache auch noch mal eine Kurzbelegung, bevor wir zu den Fragen kommen. Ich habe da so Kommentare im Kopf, die gebeten haben, dass wir alle Fragen beantworten sollen, dass wir viele Fragen nicht beantwortet hätten. Erstens abonniert alle Kanäle. Wir haben eigentlich den Großteil der Fragen beantwortet. Es wird nur nicht immer ein Podcast beantwortet, nicht die Frage. Wir gehen in unseren Formaten, die bei uns drei erscheinen, immer wieder nach und nach durch. Also schaut bei uns allen vorbei. Und nach wie vor geben wir natürlich unser Bestes. Und ich würde auch sagen, gebt uns Feedback, wie ihr es fandet, aber dann spielen wir jetzt hier mal ein paar Fragen rein. Ich würde auch mal das Intro machen, wo wir jetzt gerade noch aus dem ganzen Diät-Talk kommen. Ein sehr klassisches Diät-Thema, dass jetzt hier eure Fragen auch zusammenkommen. Wie sollte man mit Carbcycling, also High- und Low-Days, in einem Diät-Szenario vorgehen? Ich bin gespannt. Chris, mach mal. Gerne. Ich habe es schon gesehen, du wolltest losstarten. Hier könnte ich mir vorstellen, dass wir hier abweichen. Deswegen vielleicht ein geiler Punkt. Also ich glaube, du hast ja generell, du hast ja generell da, also auf dich bezogen, eigene Herangehensweise. Das haben wir ja auch schon mal in einem Podcast diskutiert. Ich weiß nicht, ob es bei mir auf dem Kanal war oder beim Fabi. Auf jeden Fall nicht bei dir, das weiß ich. Da haben wir darüber gesprochen, wie du eben so dein Kalorien-Arrangement von Tag zu Tag leicht adjustierst. Und das ist sowieso ein Thema, was dann nochmal mehr in die Tiefe geht und was dann auch wieder so super spannend ist, weil du so emotional die davon entkoppeln kannst irgendwie. viel und weil du das einfach perfekt steuerst, meiner Meinung nach. Ich meine, wie gesagt, die Outcomes sprechen ja für sich. Aber meiner Meinung nach, also Carb-Cycling generell, wenn, nennen Sie jetzt, es ist ja typisch auf ein Diät-Szenario in Bezugung. Oder war das explizit die Frage, Fabi? Es war in einem Diät-Szenario, wie ich jetzt mal gesagt habe, wir können ja mal generell über Carb-Cycling sprechen. Ich glaube, in den meisten Fällen kommt es ja auch im Diät-Kontext bei den meisten Leuten zum Einsatz. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil die Frage in dem Kontext immer noch mit auftaucht und ich sie auch schon oft gesehen habe, können wir vielleicht auch noch mit reinschmeißen, Kalorienunterschiede an Trading-Days und Rest-Days. Ich glaube, das kann man da auch gleich noch mit erweiten, weil die Frage auch immer mit aufkommt. Ja, das ist ja meistens das Resultat aus Carb-Cycling. Also wie gesagt, meistens. Es kann ja auch sein, dass die Kalorien ungefähr gleich sind, aber Kohlenhydrate und Fettmengen divergieren ein wenig von Trainingstag zu Pausentag. Also Carb-Cycling bietet ja uns so die unzählige Möglichkeiten. Es ist ja nichts anderes, als der Überbegriff Kohlenhydratsteuerung über diverse Tage vorzunehmen. Das kann jetzt so ausschauen, dass man eben Trainingstag und Pausentag irgendwie unterteilt. Das kann so ausschauen, dass man an spezifischen Tagen unter der Woche einfach festgelegt Refeeds einplant oder High-Days oder wie auch immer. Das kann so ausschauen, dass man an Unterkörpertagen andere Kohlenhydratmengen isst, wie an Push-Trainings-Tagen und an Rest-Days. Ja, so ähnlich, wie es ja der Daily macht. Weil natürlich unterschiedliche Trainingseinheiten mit unterschiedlicher Belastung aufs Gesamtsystem unterschiedliche Kohlenhydratmengen erfordern könnten. Ja, potenziell. Kommt natürlich immer darauf an, wie die Trainingseinheiten genau ausschauen und, und, und. Aber prinzipiell ist einfach eine Möglichkeit, den Körper halt zum jeweiligen Zeitpunkt genau die Kohlenhydratmengen zur Verfügung zu stellen, die er halt für den jeweiligen Job, den er an dem Tag zum Erfüllen hat, halt braucht, ja. Ist ein gutes Tool, um einfach sicherzustellen, dass die Performance auf einer täglichen Basis, basierend auf die Trainingseinheit, halt optimal läuft, würde aber davon abweichen, irgendwelche, irgendwelche Extreme hier anzustreben. Also wer irgendwie denkt, der braucht am Lack Day 300 Kohlenhydrate mehr als am Pausentag. Ich meine, gibt auch solche Ansätze, sodass eine Kohlenhydrate vielleicht am Rest-Days komplett rauskattet. Ich bin jetzt kein riesengroßer Fan von, aber dass man einfach die Kalorienmenge und die Kohlenhydratmenge an den jeweiligen Tag anpasst. Kann Sinn machen, vor allem in einem Diät-Szenario, wo der Körper ja auf diverse Unterschiede sensibel reagieren könnte. Ich sage jetzt immer so ein bisschen konjunktiv, weil es natürlich super individuell ist. Ich habe Leute, die profitieren davon, beispielsweise am Tag vor einer spezifischen Trainingsanheit eine höhere Kohlenhydratmenge zuzuführen und fühlen sich damit in der Trainingsanheit, vor allem wenn sie vielleicht am Vormittag trainieren, extra ordinär gut. Und dann habe ich wiederum Leute, die profitieren davon, wenn sie typischerweise in ein hartes Unterkörpertraining gehen, an den Tag über die Woche gesehen oder über den Verlauf von einem Mikrozyklus, also einen kleineren Trainingsabschnitt gesehen, die höchste Kohlenhydrate haben. Aber im Prinzip ein sehr, sehr gutes Tool, das man einsetzen kann und wie gesagt, die Performance auf dem jeweiligen Tag dahingehend umgelegt zu optimieren. Ich bin aber wie gesagt keiner, der da Extreme gerne anstrebt. Ich persönlich mache es zum Beispiel bei mir gerade tatsächlich so, dass ich überhaupt keine divergierenden Mengen an Trainingstagen und Pausentagen habe. Einfach for simplicity reasons, ist es optimal für mein Athletendasein? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich könnt ihr mit einem Carbcycling-Modell noch mehr rausholen für die einzelnen Tage und das noch ein bisschen besser steuern. Ist es mal den Aufwand wert im Zuge meiner Tätigkeit als Coach mit zwölf Back-to-Back-Reisen? Nein. Ja. Dementsprechend war ich so, jetzt gerade ziemlich gut, wird es wieder andere Zeiten geben und würde ich wahrscheinlich in einem Diät-Szenario oder einem Prep-Szenario sehr stark davon profitieren? Ja. Habe ich in der Vergangenheit in jeder meiner Vorbereitungen gemacht? Ja. Ja, also ich setze einfach mal fort, also ich muss auch sagen, ich habe früher zum Beispiel in Diät-Szenarien bei Athleten sogar eigentlich direkt ab Prep statt immer so mit High, Low und Rest Days gearbeitet sozusagen. Das war auch so ein bisschen, das variiert quasi an, zum Beispiel, wenn man starke Körperpartien trainiert, an dem Tag ein High Day zu legen oder eine Stärke, wenn man Schwappen schwächen trainiert, aber bei Starken etwas weniger. Inzwischen bin ich da eigentlich auch so, also ich würde auch sagen, es ist wieder komplett individuell. Also ich habe auch Athleten, wo wirklich Training und Rest Days wirklich nur an der Intra-Karb-Menge sozusagen halt schwanken. Ich habe Athleten, wo dann Intra plus Pre-Post-Workout-Nutrition ein bisschen schwankt. Ich habe Athleten, wo deutlich mehr dazwischen ist. Ich denke, also man muss ja erst mal sagen, wenn wir jetzt zurück zu den fundamentalen Basics kommen, ist das Wichtigste immer erst mal, dass die Kalorien wie leise in der Woche stimmen. Und ich wäre auch eben kein Freund von extremen, weil auch irgendwo das Szenario, wie wahrscheinlich bei den Meistern, da ist es bei mir zum Beispiel auch, jetzt haben wir auch, ich meine, Christoph, was haben wir jetzt bei mir? Ich glaube, vier Anträgenstagen, drei, acht an Freien oder sowas in dem Dreh ganz grob. Also auch schon eine nennenswerte Differenz, die mir jetzt gut tut. Ja, ich bin miserabel, ich bin miserabel, was heißt, ich bin miserabel, ich bin mit den Kalorien jetzt dann hervorragend zufrieden halt eigentlich. Und da ist so ein Rest, der eben auch einfach so, weil wenn der Arbeitstag bei mir voll ist, jetzt an so einem Tag wie heute, habe ich auch irgendwie von morgens bis abends arbeiten, kriege ich das Essen so ein bisschen entspannter rein. Die Restless sind bei mir meistens Tage, wo ich mir bewusst mehr Arbeit reinlege, klar, weil Training nicht stattfindet. Und dann ist es so ein bisschen entspannter, viel arbeiten zu können, um ein bisschen weniger Essensaufwand zu haben. Und ich habe tendenziell so ein bisschen mehr Hunger. Also ich würde auch sagen, so für das Appetitmanagement kann es auch nicht schaden, so ein paar Tage zu haben, wo man tendenziell mal wieder so ein bisschen mehr Raum im Magen hat. Aber ich würde jetzt auch sagen, es ist jetzt, es ist jetzt nichts, was irgendwie jetzt eine magische Stellschraube ist, sondern was immer so ein bisschen individuell vom Athleten abhängt. Ich muss zum Beispiel sagen, gerade auch in dem Diät-Szenario, in dem Sinne High Days sozusagen, wenn ich inzwischen, also die Athleten haben halt eine gegebene größere oder kleinere Diskrepanz an Trainingstagen und Rest Days. Aber wirklich jetzt deutlich zu erhöhen, deutlich High zu gehen, ist für mich jetzt eben wirklich nur noch reaktiv. Nur noch reaktiv. Also damit auch, ich kann ja mal reflektieren, auch zum Beispiel zum Peak-Week-Approach, ich habe jetzt zum Beispiel einen Athleten, den habe ich jetzt zum Beispiel zwei, drei Mal richtig hart frontgeloadet. Und damit meine ich Frontloading wirklich Sonntag, Montag, Dienstag, wenn er am Samstag die Show ist sozusagen halt und ihn dann wieder runterlaufen lassen. Und dementsprechend, wie man damit spielt, ist in meinen Augen wirklich eine ganz große Frage der Individualität. Ich möchte mal, bevor der Danny jetzt seine super ausschweifende Antwort hier liefert, möchte ich Ihnen noch ganz kurz sagen, weil du zwei Punkte angesprochen hast. Einerseits der Unterschied ist, weil beispielsweise zwischen dir und mir ist ja ein riesengroßer, weil meine Trainingseinheiten sind ja generell super kurz und deine sind super lange. Natürlich wirst du, auch wenn ich jetzt beispielsweise Carb-Cycling implementieren würde, ein anderes Maß und Diskrepanz benötigen, als es ich mache. Weil wenn du einen Oberkörper-Tag hast oder einen Unterkörper-Tag mit sieben bis acht Übungen und zwei Stunden im Gym verbringst, ist etwas anderes, als wenn ich Brust-Biceps trainieren gehe für 40 Minuten ins Gym. Brauche ich da ein Nennenswert mehr Kalorien als am Pausentag? Nein. Dementsprechend ist das ein Riesenunterschied zwischen uns und ein paar Punkte, die du auch noch aufgebaut hast, den finde ich auch noch wertvoll anzusprechen, vor allem wenn es jetzt um Individuen geht, die vielleicht hohe Carbmengen brauchen, schwere Bodybuilder, whatever, ist einerseits der Punkt eventuell Insulinsensitivität langfristig gesehen und der Punkt Verdauung. Also dass man einfach an Restdays oder an Tagen, wo es nicht unbedingt notwendig ist, keine 1000 Gramm Kohlenhydrate dann isst, um einfach den Magen am Tag in der Pause zu geben an solchen Tagen. Ich würde noch bevor, dann gehe ich es auch ab, um das zu ervollständigen, was ich jetzt noch sagen wollte, nur um dieses Thema Hunger aus meiner Sicht abzuschließen, es ist individuell. Also manche haben ja an Trainingstagen mehr Hunger, manche weniger und ich bin jetzt zum Beispiel auch so, ich habe nach so einem Training nicht mehr Hunger, ich gehe jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht an das Training ein, da draußen und habe einen Bären Hunger ich habe jetzt schon angefangen direkt im Gym meinen Post-Workout zu essen, weil bei mir das ist irgendwie Jacke wie Hose, ich könnte auch irgendwie eineinhalb, zwei Stunden am Training nichts essen und einfach weiterarbeiten sozusagen und bevor ich es dann irgendwie schiebe und dann wird es am Ende vom Tag eng, wenn jetzt aber zum Beispiel jemand bist, das ist ja auch einfach, das kann ja auch subjektives Wohlbefinden sein und nicht objektives Management, wenn du halt am Training sagst, Hunger hast wie Sau und am Rest day gar nicht oder umgekehrt, kann auch das ein Grund sein und damit halte ich jetzt auch den Mund. Danny. Jungs, das große Problem ist, meine Aufmerksamkeitsspanne ist gerade so kurz, das heißt, alles was ich ihr gesagt habe, habe ich schon wieder vergessen und ich versuche mal irgendwie noch aufzumachen, weil es ja schon ein wichtiges Thema ist. Grundsätzlich, jetzt kommt die riesen Antwort, die Chris schon vorhergesehen hat, ist Carbcycling meiner Meinung nach genau wie Top- und Backoff-Satz oder auch Lifestyle-Athleten der größte Käse, den es eigentlich gibt, weil schon wieder versucht wird, irgendwas in den Rahmen zu pressen, was bei uns in dem Sport eigentlich so gar nicht anwendbar ist, was aber immer wieder versucht wird. Also, Kohlenhydrate zyklisch zu gestalten ist erstmal die sinnvollste Sache, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil Kohlenhydrate nun mal der primäre Energielieferant für unsere ganzen Tätigkeiten sind und dementsprechend bei einem verschiedenen Aktivitätslevel, sei es jetzt Trainingstag, Pausentag oder auch zum Beispiel während der Arbeit. Es gibt ja auch Leute, die haben immer ungefähr beim Training das gleiche Pensum, Chris hat es jetzt zum Beispiel angesprochen, irgendwie eine 40-Minuten-Einheit, wenn das jeden Tag so ungefähr aufs gleiche Bände ausläuft, wird das Kalorienlevel schon ungefähr gleich sein, aber wenn ich einen Job habe, wo ich einen Tag komplett im Büro sitze und den anderen Tag komplett das Lager aufräumen muss, dann wird das schon Unterschiede machen und da wäre es ja völlig behindert, an diesen Tagen die gleichen Kalorien zu essen, wenn es dann, wenn, 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 es dann mein Ziel ist, wirklich 110 Prozent rauszuholen. Auf der anderen Seite muss ich hier auch ganz, ganz klar sagen, wenn sich Leute die Frage stellen, ob sie Carb-Sighting machen sollten oder nicht, ist erstmal der allerwichtigste Punkt, der beste Plan ist der, den ihr langfristig durchziehen könnt. Denn, wenn ihr euch noch diese Frage stellt und euch diese aufgrund eures Horizonts jetzt noch nicht selber beantworten könnt, seid ihr wahrscheinlich gar nicht an dem Punkt, wo es darum geht, 120 Prozent rauszuholen, sondern erstmal ein vernünftiges, solides Konstrukt zu schaffen, was insgesamt euch ermöglicht, Fortschritte zu machen. Finde ich auch zum Beispiel völlig valide, Chris, wenn du sagst, ey, die Arbeit steht im Vordergrund, du wirst halt einfach nur das so einfach wie möglich haben, wenn da ein Tag hinten runter, also in dem Sinne hinten runterfällt so, dann ist das okay, ist doch okay, so, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Für mich persönlich zum Beispiel, ähm, gehe ich zum Beispiel gar nicht mit dieser Aussage so, die Kalorien auf die Woche müssen passen, ist für mich absoluter Käse, weil, wo ziehst du die Grenze? Dann könnte man ja auch sagen, die Kalorien auf einen Monat müssen passen. Also wo, warum ist das für eine Woche okay, aber für einen Monat nicht mehr? Bei einem Monat würde jetzt wieder jeder sagen, ja, ja, das ist ja dann zu lange. Bei einer Woche sagen wir da, naja, okay, das geht dann irgendwie schon. Ich bin der Meinung, man müsste es auf den Tag unterbrechen. Deswegen mache ich es ja auch persönlich für mich so, wenn, 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 man 120 Prozent rausholen wollen würde, weil der Körper einfach nicht in Wochen funktioniert. Das heißt, sagen wir mal, du isst jetzt wirklich Montag bis Freitag hart im Defizit und Samstag, Sonntag wirklich extrem im Plus. Auf die Woche passen deine Kalorien, aber wir wissen alle, dass du Montag bis Freitag nicht ein Gramm Muskulatur aufgebaut hast und dass du Samstag bis Sonntag definitiv Fett einlagern wirst. Wirst du dadurch jetzt keine Fortschritte mehr machen? Nein. Wirst du aber suboptimale Fortschritte machen? Ja, gebe ich dir die Hand drauf und dementsprechend, wenn man damit leben kann, ist das völlig in Ordnung. Man muss sich dem aber bewusst sein. Das heißt, Kohlenhydrate zyklisch gestalten kann man sehr sinnvoll anwenden in verschiedenen Anwendungsszenarien. Ihr habt auch schon gute Punkte genannt. Manche Athleten mögen es lieber aufgeladen, in eine Trainingseinheit zu gehen und performen dann besser. Es kann aber auch genauso gut eine Strategie sein. Sagen wir mal, wir haben einen Athleten, der in einer Diätssituation ist, der sehr gleichmäßig verteilt ist, aber eine extreme Schwäche hat, die wirklich unbedingt aufgebaut werden muss. Dann könnte man von Anfang an das Ganze so gestalten, dass an diesem Trainingstag in der Woche immer viele Kohlenhydrate im Überschuss zugefüllt werden, um gegebenenfalls über den Verlauf der vielen Wochen der Diät noch irgendwie die Progression, also Fortschritte in diesem Muskelbereich rauszuholen. Könnte man theoretisch so machen. Auf der anderen Seite ein Carbcycling so zu gestalten, nur um Carbcycling zu machen und dann zu sagen, ich esse einen Tag 100 Gramm Kohlenhydrate und den nächsten 200 und das einfach so stupide abzusprühen, ist meiner Meinung nach völlig bekloppt. So, da gibt es sicherlich bessere Ansätze. Dann würde ich lieber, glaube ich, wirklich die gleichen Kalorien machen, weil dann muss ich mir nicht den Stress machen, das umzurechnen. Das heißt, überlegt euch, was wollt ihr erreichen, in welcher Situation seid ihr und sind solche Überlegungen wirklich an allererster Stelle zu treffen oder habt ihr nicht gerade noch ganz andere Probleme, die eigentlich erstmal geklärt werden müssten und viel mehr Return on Investment für euch hätten, wenn ihr diese erstmal regelt, bevor ihr euch über Carbcycling in dem Sinne Gedanken macht. Abschließend, ein Auto sollte immer so viel getankt werden, wie es auch fährt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, in welchem Maße, ob der andere, ob sich einer noch einen kleinen Extrakanister in den Kofferraum legt oder ob der andere lieber ein bisschen leer fährt und halt wartet, bis die Lampe schon leuchtet und dann erst zur Tankstelle fährt. Das ist jetzt wieder für jeden so ein bisschen individuell, aber ich würde nicht versuchen, jetzt irgendwie Carbcycling zu machen, nur um Carbcycling zu machen, sondern würde halt überlegen, bin ich jemand, wo die Aktivität extrem schwankt, Lager und Büro zum Beispiel plus Trainingstag zum Beispiel, dann sollte ich vielleicht schon ein paar mehr Kohlenhydrate essen. Liebe Grüße an Nico, jemand bei mir aus dem Coaching, der zum Beispiel im Zoo arbeitet und da gibt es verschiedene Abteilungen. Den einen Tag ist er irgendwie bei den Eisbären, da läuft er nicht so viel, den anderen Tag ist er dann irgendwie bei den Gehegetieren und da macht er irgendwie das Dreifache an Schritten in dem Sinne. Dementsprechend haben wir natürlich dann verschiedene Ernährungspläne für verschiedene Tage, die er dann runterspielt, um einfach die Kohlenhydratmengen anzupassen, weil es wäre ja total bescheuert, ihm mit 10.000 Schritten die gleichen Kohlenhydrate zu geben wie mit 30.000 Schritten. Da sind wir uns auch einig so, wenn er halt dementsprechend viel rausholen will. Und von dem her gilt es halt schon zu schauen, je mehr das abweicht, desto mehr müsst ihr auch individuell anpassen, wo es natürlich auf Coaching-Unterstützung letztendlich ankommt, inwieviel draufpacken. Das geht wahrscheinlich sehr schnell nach hinten los. Da würde ich mir dementsprechend, wenn ihr solche Spezialfälle seid, schon Unterstützung suchen, um das einmal anleiten zu lassen, weil dann einfach mal, ich esse dann abends eine Pizza mehr oder so in die Richtung, wird wahrscheinlich nicht das Ergebnis erzielen, was ihr eigentlich haben wolltet. Ja, 100%. Und ich meine, es ist witzig, weil eben genau da zeigt sich eben auch, ja, das ist eben die individuelle Betreuung, die es braucht. Weil es ist witzig, ich habe jetzt zum Beispiel einen Fall, und das ist einfach nur als Reflexion, wo ich es eben andersrum handhabe, zum Beispiel, wo ich eben sage, hey, ich lasse es nicht über die Aktivität ausgleichen halt, da ist dann jemand, der hat mal ab und zu unter der Woche dann eben 25.000 Schritte, wo ich halt eben sage, ey, am Wochenende 6.000, 7.000 Schritte, Füße hoch sozusagen halt, solange du jetzt durch die Schritte halt eben an Trainingstagen kein massives Defizit hast sozusagen halt an Performance. Und deswegen, ich glaube, das Wichtigste, was du gesagt hast, ist eben Carbcycling nicht for the sake of it zu sagen, so hey, ich habe gehört, Carbcycling ist cool, ich versuche jetzt einfach irgendwie zufällig mit beiden Carbmengen rumzuspielen. Es ist alles immer was individueller Kontext. Super geiler Punkt auch, sollte man auf jeden Fall noch erwähnen. Wenn ihr zum Beispiel jeden Tag die gleichen Kohlenhydrate esst und ihr macht den einen Tag 20.000 Schritte und den anderen Tag nur 5, dann ist der Tag mit 5 ein High-Carb-Tag, weil ihr ja weniger Kalorien verbraucht und dementsprechend mehr von diesen Kohlenhydraten übrig bleiben. Das heißt, ihr könnt auch damit steuern, definitiv. Das heißt, man könnte auch das strategisch dann so ausleiten, dass man sagt, hey, ich mag es lieber, meine Ernährung komplett gleich zu lassen und sorge dann einfach dafür, dass ich an bestimmten Tagen mehr oder weniger Bewegung drin habe und sorge somit dafür, dass ich schon auch zyklische Kohlenhydratzofel habe oder einfach nur dafür sorge, wie viel am Ende übrig bleibt sozusagen. Ja. Spannend. Bevor jetzt, sind wir jetzt schon irgendwie lang unterwegs, wollen wir ja auch nicht zu lange aufhalten. Wollen wir noch kurz ein Thema aufmachen? Nein, nein, nein. Mit so einer halbarschigen Einstellung fangen wir hier gar nicht an. Wir sind im Podcast, wir knallen jetzt hier Fragen durch. Auf geht's. Okay. Dann, ich hätte jetzt noch das kontroverseste Thema. Ich hatte unter einem von meinem Video quasi zwei DIN A4 Seiten gefühlt. Das war auch unter einem der letzten Podcasts. Unsere Zuschauer beschäftigen sich aufs Schwerste mit Split Squads. Was ist das richtige Split Squads Setup? Muss ich meinen Fuß hinten erhöhen? Sind Walking Lunges nicht besser, wenn Ronny und Cody auch gemacht haben? Also, wir haben ein riesen Fragezeichen und ein riesen Konflikt scheinbar, was Split Squads angeht. Das muss hier in die Headline, weil das so viele Leute interessiert. Split Squads, ja, man muss ganz groß in Titel reinschreiben. Was für einen Stellenwert haben denn Split Squads jetzt so im Durchschnitt in euren Trainingsprogrammen? Würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt mal unabhängig von der Klasse oder Lifestyle oder Bühne oder whatever, so ganz pauschalisiert durchschnittlich. Ich fange mal an, bevor ich die Hälfte vergesse, Fabi, siehs mir nach. Bei mir im Programmdesign immer dann in Anwendung, wenn nicht genug vernünftige Geräte zur Verfügung sind, womit man andere Bewegungsmuster, die diese Muskelgruppen abziehen, abdecken könnte. Das heißt, Homegym zum Beispiel, ich habe jetzt nur eine Multipresse und brauche noch eine zweite Übung oder so. All so Faktoren, ja, aber sobald ich irgendwie Beinpresse, Hackenschmidt, Belt Squat oder ähnliches habe, findet es selten Anwendungen einfach auch wieder aus Effizienzgründen, weil man halt einfach da gegebenenfalls mit wesentlich weniger Zeit mehr rausholen kann. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, mein zusammenfassender Take für die ganzen, und da ist es mir auch egal, Brody Walking Lunges gemacht hat, eine unilaterale 45 Grad beim Presse ist die bessere Split Squat für mich in jedem Szenario und eine Art von Split Squat und vielleicht auch nochmal die nächste abzuholen, die für mich überhaupt gar keinen Platz hat, ist die stehende mit dem hinteren Fuß erhöht und auf beiden Seiten Handeln in der Hand. Das ist so richtig schön. Mach dir am besten noch einen Bosu-Ball unter den Vorderfuß. Du solltest dich am besten bei der Übung, wo du 40 Kilo pro Hand in der Hand hast, am besten nur noch aufs Stabilisieren konzentrieren müssen, damit es eine richtig miserabliche Hypertrophie Übung wird. Aber noch besser Favi ist die mit einer Hand halten, entweder kontralateral oder y-lateral und A-Hands wegstrecken. Also nicht festhalten oder so, weil das Video doch Sinn macht. Ausbalancieren, ja. Ich habe mich natürlich ans Video, John Meadows hat einmal ein Video gepostet von so einem Triple Drop Set Bulgarian Split Squad of Death, wo er sich mit einer Hand aber am Rack festhält, mit der anderen Hand hält er halt kontralateral die Hand oder war es auf der gleichen Seite, ich weiß nicht mehr, aber da hat er so ein Triple Drop Set Split Quads gemacht einfach, ja. Komplett crazy, ja. Also sowas, sowas ich sehe, ich sehe ganz witzig, aber es gibt auch hier viel logischerweise, wenn es jetzt rein auf mechanische Spannung bezogen ist, etwas bessere Alternativen. Aber jetzt einmal so unabhängig von der Split Quad Variante und so, muss ich eigentlich zu 100% zustimmen, also ich bin eigentlich genau im gleichen Boot. Also es sind bei eingeschränkten Equipment, ein cooles Tool, das man mal einbauen kann, idealerweise so stabil wie möglich, ja, so stabil wie möglich und so instabil wie nötig. Kann man mal einbauen, aber in einem gut ausgestatteten Gym mit unterschiedlichen Beinpressevarianten vielleicht sogar, ist halt die Notwendigkeit einfach nicht da. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich coach viele Bikini-Competitors auch und Wellness-Competitors und der Programme teilweise auch mehrmals irgendwo einbeinige Übungen und da ziehe ich schon meistens irgendeine Art von Split-Squad heran, einmal im Programm, irgendwie an der Multipresse, eigentlich immer an der Multipresse, weil es einfach das stabilste Setup bietet und das am individuellsten gestaltbare Setup, ja. Ich würde es auch ich hätte jetzt auch gesagt, ich finde vielleicht der Vorteil des Split-Squad gegenüber den stabilisierteren Beinpress-Varianten und Co-Bite, das gerade eben, das kam jetzt, weil du Damen gesagt hast, ich kann das Maß an Hüft-Flexion beeinflussen, ich kann halt im Prinzip eine Squat-Variante machen, wo ich wirklich eine sehr starke Dehnung im Bündel bekomme, wo ich mich sehr stark tendenziell nach hinten setze und nicht nach vorne die Knie-Flexion fixiere. Diese Individualisierung erlaubt natürlich irgendwo eine Split-Squad, die dann eben vorteilhaft sein kann. Ich glaube, Danny, wir hatten das schon mal, davon gesagt hast, also, wenn man eine Kurzhandel in den Split-Squad macht, dann eine Hand in der Hand und die andere Hand hält dich fest. Mir egal, ob dein Back-Foot element ist oder nicht, diese Art von Stabilisierung ist die absolute Minimum-Anforderung, dass die Übung noch irgendwo einen Sinn hat. Jetzt kann ich auch wieder einen Titel schreiben, Fabi ist ausgerastet, den Haken haben wir aufgesetzt. Aber auch da wieder ist halt so, selbst meine weiblichen Athletes in Commercial-Gyms, die vielleicht noch nicht ultra weit fortgeschritten sind, strugglen da mit dem Loading. Also nicht im Sinne von, es gibt jetzt keine Handel mehr, aber halt einmal auf einer Seite einen 40-Kilo-Hantel und machen einen scheiß Split-Squad. Ist da Loading der limitierende Faktor oder irgendwie der Rumpstabilität oder was sich am Ende des Tages dann kacke anfühlt, weil du halt einfach auf einer Hand scheiß 40-Kilo hältst, für uns wahrscheinlich in Relation an irgendwie, halt einmal 80-Kilo in der Hand zum Beispiel. Können Sie einmal ins Dachstim kommen, wir haben ja Handel bis 120-Kilo und dann machen wir mal einen unilateral loaded Split-Squad mit kurzem mit 120-Kilo auf einer Seite. Wird lustig. Ja, genau das ist es halt und deswegen und vielleicht auch doch, und das muss ich auch, dass jetzt jemand eine Frage stelle, weil mir glaube ich sehr, sehr stark beschäftigt, soll ich den hinteren Fuß erhöhen, wie stark soll ich den hinteren Fuß erhöhen, kann ich es auch Walking machen, das was euch interessieren sollte ist, was macht euer Standfuß oder der Bewegung, das bewegende Bein und was macht euer Oberkörper und eure Oberkörperneigung in Relation zum bewegenden Bein und das beeinflusst ihr mit einem Fuß, der passend erhöht oder nicht erhöht ist. Jetzt fällt mir noch was ein, habe ich vielleicht aus einer biomechanischen Perspektive, was sagst du zum Argument, dass man theoretisch ja auf dem hinteren Bein, dadurch, dass wir eine hüftgestreckte Position haben und eine gleichzeitige Kniestreckung und den Reck des Femurs in einer gelehnteren Position belasten könnten? Ich hätte, ich erinnere mich noch mal, ich glaube so einer der earliest educator, die ich so angehört habe, war der Eugene Thio, ich glaube der, der hat da mal ein Argument für gemacht, was ist das denn? Wenn wir es mal wieder sachlich betrachten, es ist ein isometrisches Halten. Wie submaximal wird dieses isometrische Halten, seit baut isometrische Kontraktion Muskeln auf, ja, erreiche ich irgendwo mit dem isometrischen Halten bei einer Splitsquad ein relevantes Anstrengungsniveau. Und da muss ich ja sagen, da muss ich ja schon anfangen, mich nicht mehr zu stabilisieren, sondern da muss ich ja quasi hinten isometrisch mich reinpressen sozusagen. Und da würde ich jetzt schon wieder sagen, wirst du eine Aktivierung im Rectus für Moris da mitnehmen sozusagen? Ja, wirst du höchstwahrscheinlich. Erreicht sie ein Anstrengungsniveau, das es dir erlaubt, eine progressive Belastungssteigerung von Einheit zu Einheit zu haben? Aller höchstwahrscheinlich nein, solange du nicht in einem sehr suboptimalen Trainingsstatus bist. Belastung ja, Adaption nein. Ihr habt zwar von der Biomechanik her die Positionierung, die eigentlich notwendig wäre, um den Rectus für Moris zu belasten, ja, aber wird da ein überschwelliger Reiz gesetzt? Nein. Wahrscheinlich wird das sogar eher störend sein und die Regenerationen stören, weil ihr submaximale Lasten bewegt und dementsprechend einfach nur den Regenerationsprozess da unnötig verlängert. Wenn ihr Splitsquads machen wollt, warum auch immer, vielleicht auch einfach nur, weil sie Spaß machen, ist ja ein valides Argument. Der John Meadows wird ja auch das Ganze wahrscheinlich auch aus Gründen gemacht haben, um seine inneren Dämonen zu bekämpfen oder alles andere. Es gibt ja valide Punkte, das zu tun und mir persönlich, muss ich ehrlich sagen, haben zum Beispiel Ausfallschritte in Genen auch immer unglaublich viel gegeben und ich würde auch immer den Punkt bringen, gerade für einen Anfänger, sind solche Übungen schon sehr, sehr wertvoll, weil sie extrem viel Koordination auf einmal schulen, sehr viel Muskulatur auf einmal bearbeiten, sodass du dir jetzt nicht wieder fünf Geräte extra ins Programm schreiben musst und der überschwellige Reiz wird am Anfang irgendwo noch ausreichend sein, weil die Anforderungen des Körpers, diesen ganzen Unterkörper so zu überlasten, wie es jetzt bei uns der Fall wäre, mit spezifischen Übungen nur noch eine Hackenschmidt und dann noch das und das und das, ist ja gar nicht gegeben, es ist am Anfang eine unglaublich geile Übung, macht bitte alle Ausfallschritte im Gehen, gerne auch auf dem Parkplatz mit gelber Leggings im Ronny-Style, das komplette Programm, denn diese Übung wird euch viel beibringen. Lass es mal nur 80 Prozent effizient sein für den Muskelaufbau, aber wenn du mal wirklich dort gestanden hast, du hast schon deine 20 Schritte gemacht, ja, ich weiß, das kombiniert Ermüdungen und so weiter, trotzdem musst du erst mal alle diese Punkte gelernt haben, bis du dir über diese fortgeschrittenen Trainingsmechanismen Gedanken machen kannst, die wir hier in ganz vielen Kontexten besprechen. Du musst mal gelernt haben, wie es ist, dann noch zehn Schritte vor dir zu haben und die dann auch noch zu machen. Das gibt dir so unglaublich viel, wo dein ganzes Training und deine ganze Bodybuilding-Karriere von profitieren wird, da ist drauf geschissen, ob das nur 70 oder 80 Prozent rausholt. Was du da lernst, ist viel, viel mehr wert. Wenn ihr Split-Squads auf der Stelle machen wollt, wie schon angesprochen, Multipresse ist eine super Option, wenn ihr es mit Kurzhanteln machen wollt und ihr habt jetzt im Studio nicht irgendwie große Möglichkeiten, euch irgendwo festzuhalten oder ihr seid zu faul, euch welche zu schaffen, dann holt euch zumindest eine Latzugstange, eine Weite und die packt ihr auf den Boden und haltet die einfach so fest. Alleine das wird so viel ausmachen, dass ihr nicht den hier machen müsst, sondern dementsprechend einfach diese Stange in der Hand habt als Kontergewicht und da werden jetzt wieder viele kommen, ja, dann hält sich ja mit der Hand nach, ja, aber immer gleich. Also von dem her ist das okay. Ganz, ganz wichtige Sache und was du auch angesprochen hast mit der Erhöhung der Füße und so weiter. Am besten erhöht ihr beides, denn desto größer wird der Bewegungsumfang. Splitsquads sind ja wirklich eine Übung, die du sehr gluteuslastig machen kannst oder quadrizepslastig. Da ist mir letztens jetzt wieder, weil ich gerade eine Frage beantwortet habe, ihr habt bestimmt auch schon reingeguckt, es gibt jetzt das neue Buch vom Andreas Pürzel, Fleisch und Maschine, da ist nämlich genau das richtig geil erklärt. Warte mal, ich habe es doch hier liegen. Ich habe es auch. Wo war es denn? Ich habe gerade das Foto, ja genau, ich habe gerade das Foto noch jemanden geschickt, der eine Frage gestellt hatte. Warte, hier ist es, guck mal. Das ist halt richtig geil, weil in dem Buch werden halt genau diese Umstände erklärt, warum du welche Positionierung einnehmen solltest und was mit diesem Winkel sozusagen erreicht wird, wenn du deine Oberkörperposition halt in bestimmte Richtungen schiebst, weil man muss erst mal verstanden haben, wie diese Winkel sich überhaupt auswirken. Das heißt, wenn du dich nach vorne lehnst mit dem Oberkörper oder wenn du aufrecht bleibst, wie dein Hinterfuß positioniert ist und so weiter, machst du halt einfach eine komplett andere Übung draus. Dafür ist es super geil, weil genau, ich glaube, viele unserer Zuschauer, aber der spielt mir meine Kamera wieder ab. Na, warte mal. Kriege ich das noch hin? Siehst du, das ganze Technik-Equipment ist dann doch nicht so geil. Jetzt ist er wieder da. Weil wir besprechen hier mal viele Sachen in der Theorie. Letztendlich muss man es auch anwenden können. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Empfehlung. Fleisch und Maschine, gerade erst entschieden. Vielen lieben Dank auch an den Andreas Pützel, der mich hier auch mit ins Boot gerührt hat. Bei dem Projekt kann ich auf jeden Fall mit gutem Gewissen für stehen, euch das Buch zu empfehlen. Da sind geile Punkte drin, wo ich persönlich auch selber noch wieder einige Punkte für mich mit rausgenommen habe. Nicht nur schön verbildlicht, sondern dementsprechend auch schön in die Tiefe diese ganzen Punkte erklärt und vor allen Dingen auch anwendbar. Also wenn du dir das durchgelesen hast mit den ganzen Grafiken und so weiter, weißt du halt auch, wie du es anwenden kannst. Der Presale läuft gerade, sichert euch das Ding auf jeden Fall. Ich glaube, ihr seid auch beide mit dabei in dem Projekt. Wir sind auch beide am Start. Kurz haue ich mal unten rein, da könnt ihr noch sparen. Wenn ihr nehmt den Code, auf den ihr gerade Bock habt hier von uns dreien und dann seid ihr am Ende, glaube ich, bei knapp 75 Euro. Und das ist halt wirklich kein E-Book, sondern ihr seht schon, das ist ein richtig schönes, hochwertiges Buch in dem Sinne. Das heißt, könnt ihr auch abends lesen, ohne eure Schlafqualität zu stören. Ganz, ganz klare Empfehlung, finde ich eine richtig geile Sache und genau für die Anwenderschaft, jetzt ist hier meine Tageslichtlampe angegangen, ist natürlich auch super. Für die Zuschauerschaft, die sich genau solche Fragen stellt, unglaublich wertvoll, um da voranzukommen, weil das sind genau die Sachen, wir können im Podcast noch drei Jahre drüber sprechen, du musst es anwenden können. Ja, und da muss man auch sagen, also eben, das ist auch, ich habe auch schon von Anfang an gesagt so, die Partnerschaft da jetzt mit Intelligent Strength für das Buch ist so eine Sache, wo ich einfach gesagt habe, mega geil, das ist genau das, worüber wir den ganzen Tag sprechen. Das ist verbildlicht und hochwertig aufgewertet, das, was wir euch hier den ganzen Tag lang predigen. Ich mache es tatsächlich auch genauso, wie du es gesagt hast, Danny. Ich hatte es auch gerade erst mit einer Athletin, die bei der Frühschicht nicht rechtzeitig ins Bett gekommen ist, wo ich gesagt habe, lese ein Buch abends und dann wirst du schon müde werden. Und genau das mache ich jetzt auch gerade abends eben mit dem Buch. Auch ich lerne nochmal dazu. Ich meine, der Andy Pösel ist auf Endlevel. Beide Pöselbrüder, muss man sagen, sind beide da einfach führend und dementsprechend kann man nur sagen, eben, ja, wir haben Codes, aber das ist eine Empfehlung aus Überzeugung. Ihr könnt auch da im Shop vorbeigucken. Es sind auch quasi, ihr könnt auch da bei uns, wenn ihr noch was seht, auch die ganzen Buch-Bundles, die es gibt, könnt ihr auch noch was sparen und wirklich was dazu lernen. Keiner wird dieses Buch in die Hand nehmen und sagen, ihr wurde über den Tisch gezogen. Da gibt es Schrott-E-Books für dreistellige Beträge, die nicht mal die Hälfte davon wert sind. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, als ich den Preis gehört habe. Da dachte ich mir, Alter, so für das Ding, so krass. Also wenn ihr es in den Händen haltet, wisst ihr warum und da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Das ist eine gute Investition, um langfristig voranzukommen. Ja, zu 100 Prozent können uns unterschreiben. Ich möchte vielleicht noch einen Punkt aufbringen, weil die Leute jetzt vielleicht wieder auf Kommentarangriff gehen und sagen, ja, Splitsquatsino, das ist so toll. Wir sind hier in einem Bodybuilding-Talk und Splitsquats sind eine gigantisch geile Übung, was zum Beispiel sportartspezifisches Training und so weiter angeht. Das möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz anmerken, genau wegen den Aspekten, die der Adelie vorher angesprochen hat, mit koordinativen Geschichten, dies, das. Aber wir sprechen jetzt halt rein von Hypertrophie. Eben. Und vielleicht noch eine charakterbildende Maßnahme aus meinen alten Splitsquat-Tagen. Ihr macht es schön nicht stabilisiert, ihr nehmt auf beide Seiten eine Kurzhandel und dann macht ihr einen schönen Dreier-Dropset draus. Ihr macht mit beiden Kurzhandel in der Hand bis zum Versagen, dann legt er eine weg, macht nochmal bis zum Versagen und dann macht er ohne Kurzhandel bis zum Versagen. Das wird auf jeden Fall charakterbildend. Ja. Ja, irgendwas wollt ihr dazu auch noch sagen. Habt ihr das vergessen. Irgendwas, irgendwas zu Walking Lunges. Wir machen mal den Schwenk, sonst wird das hier die Splitsquat-Folge. Interessante Frage fand ich, warte, wo ist sie jetzt, aber im übertragenen Sinne. Was haltet ihr von Pre-Workout- Activation-Exercises? Also so vor dem Training irgendwelche Aktivierungsgeschichten zu machen, mit Gummiband rumzuhüpfen oder sich dreimal im Kreis zu drehen, Regentanz aufführen. Ihr seht es immer ganz oft im Studio, gerade bei dir, Chris, in Wien ist es gang und gäbe, dass die Leute da immer auf dieser Rasenbahn rumliegen und erstmal eine halbe Stunde da irgendwelche Spirenzchen machen, bevor sie mit dem eigentlichen Training loslegen. Da musste ich auch schon einigen Klienten so den Zahn ziehen, wenn sie zu mir gekommen sind und mir erstmal aufgelistet haben, was sie so machen, dass sie da erstmal eigentlich mehr Foam-Rolling und Aktivierung und Terrabant-Gedöns machen als eigentliches Training. Und da ist halt immer die Frage, warum ist das nötig? Ein junger, gesunder Sportler mit voller Leistungsfähigkeit, braucht der denn irgendwelche vorbereitenden Maßnahmen in dem Sinne, die überhaupt erstmal diese Leistungsfähigkeit herstellen oder Beweglichkeit oder wo gibt es diese Differenzen und wieso sind diese nicht schon ausgeschaltet oder wieso arbeitest du nicht außerhalb deines Trainings daran, diese zu verbessern, dass es langfristig nicht mehr möglich sein wird. Aber wenn du schon ins Training gehst und sagst, ich kann das nur machen, wenn vorher XY passiert, dann würde ich mir doch Gedanken machen, ob das so die richtige Vorgehensweise ist. Wie seht ihr das? Also, Chris? Nein, ich möchte vielleicht noch ganz kurz was auch aus physiotherapeutischer Perspektive anfügen. Aus dieser ganzen Prehab-Szene und keine Ahnung, was man nicht alles machen soll vor dem Training, damit man sich möglichst nicht verletzt oder irgend so ein Müll. Also, was der Lenni schon richtig gesagt hat, was wollt ihr vor dem Training machen, damit das Training klappt? Naja, ich wollte es im Training einfach also, jetzt habe ich gedacht, die hängen. Jetzt habe ich gedacht, die hängen. Nein, ich wollte es einfach Leistungsfähigkeit bringen können. Ich wollte es einfach Performance bringen können. Und die meisten Leute gehen halt rein und versuchen da irgendeine Prehab-Exercise zu machen, damit sie sich im Training nicht verletzen oder damit sie im Training einständig performen können. Aber, wenn wir uns ehrlich sind, ich würde jetzt mal sagen, 95 Prozent aller Leute, die wahrscheinlich da oder zu denen, wir hier sprechen, für die wird es ausreichen, wenn sie einfach nur ins Gym gehen und sich mit der ersten Übung wahrmachen. Wenn sie einfach mit der ersten Übung wahrmachen. Die brauchen, die haben kein Mobilitätsdefizit, um die anstehenden Bewegungsmuster adäquat performen zu können. Die werden kein Leistungsdefizit haben, wenn sie vorher nicht ihre externen Rotatoren aufwärmen, bevor sie irgendeinen Press machen. Die werden eine gute Hüftmobilität haben, wenn sie ihre ersten fünf Raps an einer Beinpresse oder an einer Hexquat gemacht haben. Keine Ahnung. Es braucht keine Rehab-Exercise. Also, was jetzt zum Beispiel Foamrolling macht, ist, wenn ich vielleicht wirklich in einem Zustand bin, wo ich mich gerade von einer Verletzung erholen, ist ein Fenster zu schaffen, wo ich schmerzermer performen kann. Einfach wegen diesem neuromodulatorischen Aspekt. Also, dass ich einfach einen Reiz auf irgendeinem Gewebe aufbringe und die Schmerzsignale werden mehr oder weniger überdeckt. Es wird aber jetzt auch keine Verklebungen lösen oder irgendein Hokus-Pokus, der im Hintergrund passiert, sondern es ist einfach ein Fenster, das eröffnet wird für schmerzfreieres oder schmerzärmeres Arbeiten grundsätzlich. Das ist einmal von der Seite her, wenn man irgendwie so eine passiven Modalitäten, wenn man da sich austoben will, aber da muss man auch eine 20 Minuten auf dieser Scheißrolle herumgurken, sondern da reicht es, wenn man so drei Minuten vielleicht oder sogar kürzer, da irgendwie einen Reiz einfach auf das Gewebe aufbringt, auf den Körper aufbringt. Wahrscheinlich würde es sogar helfen, wenn man sich einfach fünfmal Fels ins Gesicht schlägt, weil das auch einen neuromodulatorischen Aspekt mit sich bringt. Und ja, do what's needed. what's needed, aber das sollte im, also selbst im absolut craziesten Szenario, sollte das nicht mehr als fünf bis höchstens zehn Minuten in Anspruch nehmen, was man braucht, um das anstehende Training zu performen. Und wie gesagt, für 95 Prozent der Leute wird es ausreichen, wenn sie einfach nur ins Gym gehen und sich mit der ersten Übung aufwärmen. Ja, und vor allen Dingen sollte es ein Tool sein, was situativ, wie du gerade gesprochen hast, eingesetzt wird. Da hat es auch seine Berechtigung, aber es sollte nicht Standardprotokoll sein, ich gehe jetzt ins Training und muss jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde Zirkus abspielen. Es kann auch nach hinten losgehen, denn Foamroading hat bei mir genau den gegenteiligen Effekt. Es aktiviert so krass mein Parasympathikus, also das regenerative Nervensystem und ich fahre da wirklich so runter. Ich benutze das Foamroading vorm Schlafen, nicht um Verklebung zu lösen oder so, sondern einfach, wenn ich mich ein paar Mal darüber gerollt habe, ihr glaubt nicht, ich mache meine Herzfrequenz locker um sechs, sieben Punkte runter innerhalb von zehn Minuten, wenn ich mich da auf die Rolle lege. Und das ist auch, glaube ich, man kriegt das gerade so aus Physiotherapeutischen, die da sagen, es ist irgendwo, ich glaube, LWS, BWS, irgendwo, wenn man da drüber rollt sozusagen, dann kann man da auch Parasympathikus bewusst aktivieren. Genau. Und das ist deswegen, also ich kann nichts hinzufügen. Ich meine, es gibt für mich auch in dem Sinne kein Prehab. Ich kann individuelle Fachstellen erkennen, die ich vielleicht verbessern möchte. Jetzt mal zum Beispiel, ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe ein Athleten oder eine Athletin, wo ich weiß, die Stabilisierung vom Schulterblatt ist ein Problem. Dann hat die von mir aus halt eben mal vor dem Oberkörper trägt zwei, drei Sätze Wire Races mit Kurzhandeln auf einer Schrägbank oder sowas halt eben einfach nur um koordinatorisch und ich sage es mal auch wirklich, um den unteren Trapezanteil so ein bisschen zu fordern halt, um da eine Stabilisierung herbeizuführen, die jetzt aber auch die akute, sondern eben eher perspektivisch aufgebaut wird. Aber wenn ich jetzt keine spezifischen Sachen habe, an denen ich Rehab oder verbesserungsmäßig arbeiten möchte sozusagen, ich brauche es nicht. Und auch Aktivierung, dieses ganze Thema Aktivierung, jetzt gibt es hier den nächsten Rage, dieses ganze Thema Aktivierung ist der größte Bullshit. Eine sinnvolle Übung wird den Muskel immer maximal aktivieren und du kannst einen Muskel vorher nicht mehr aktivieren. Da können auch die ganzen Damen unter euch die scheiß Bootybänder einfach mal in die Mülltonne schmeißen und nicht irgendeine Regentanz aufführen vor dem Training mit irgendwelchen komischen Schritten im Kreis mit diesem Band umgeschnallt. Es wird nicht mehr aktivieren. Wenn ihr die maximale Pre-Potentiation haben wollt, dann macht eine schnelle Bewegung mit dem jeweiligen Muskel. Das erzeugt tatsächlich potenziell eine höhere Aktivierung im Satz, aber da kann ich jetzt zum Beispiel für meinen Bizeps ohne Gewicht einmal, zack, das hier machen und dann habe ich genau das erreicht. Und dann kann ich meinen Aufmerksamkeit machen, wenn ich solche Spiele reinmachen möchte. Ich komme ja auch im Powerlifting teilweise vor. So, dieses dynamische, einmal, dann ist dieser Effekt erreicht, wissen wir. Und alles andere ist einfach in meinen Augen dann eben Zeitverschwendung und ich brauche, und jetzt auch noch zum Schluss, was ist die beste Prehab? Eine sinnvolle Übungsauswahl mit guter Übungsausführung. Damit machst du so viel Prehab, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil oftmals wird ja auch genau das beobachtet. Ich mache eine halbe Stunde Prehab und dann habe ich eine beschissene Ausführung. Super, alles richtig gemacht. Ne, sind wir uns, denke ich, einig. Abschließende Frage. Vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt. Hier wurde gefragt nach Vitamin B12-Injektionen, um den Appetit zu steigern. Können wir aber vielleicht auch mal erweitern, was sind eure Strategien und Methoden, um gegebenenfalls auch bei Klienten, bei euch mit euren eigenen Erfahrungen, um den Appetit zu steigern, wenn es eng wird. Also man muss ganz klar sagen, jetzt mal außerhalb vom Coaching-Kontext, was ich sehr oft beobacht, ist, dass Leute im Aufbau an ihre Grenzen stoßen, was den Appetit angeht und dann in einen Teufelskreis von Müllfressen reinrutschen. Weil sie sich denken, okay, ich muss jetzt meine Kalorien irgendwie vollkriegen und jetzt anstatt meine hochwertige Mahlzeit aus Reis, vielleicht an einer fermentierten Gemüsequelle und Irrtelgemüse und an leicht verdaulichen Eiweiß zu essen, schieben wir jetzt einfach Pizza rein, so gefühlt. Was das allerdings macht, ist einen Teufelskreis zu aktivieren, weil deine Verdauung runterleidet, du wirst weniger schnell Hunger haben, wieder, dann schlussendlich nach der Mahlzeit, es wird Auswirkungen haben auf die Folgetage und das ist meiner Meinung nach so das häufigste Problem, auf das ich stoße, jetzt nicht unbedingt mit Coaching-Kontext, weil da sage ich den Leuten eh, was sie im Normalfall essen sollen und wie sie vorgehen sollen, wenn sie auch auf diese Probleme stoßen. Aber das sehe ich da draußen ganz, ganz oft, Appetit wird schlechter und schon wird zuerst natürlich kaloriendichtere Sachen reingenommen und so, alles schön und gut, vielleicht mal Reis mit Nudeln getauscht oder Kartoffeln mit Reis getauscht oder was auch immer, das ist so eine Maßnahme, aber das ist eh irgendwo logisch, aber dann wird irgendwie sofort zu, keine Ahnung, irgendwelchen Butterzöpfen gearbeitet und keine Ahnung, ich habe das tatsächlich, ich habe vor meiner, vor meiner, bevor ich so im Bodybuilding, Bodybuilding-Fuß gefasst habe, unter Anführungszeichen, habe ich auch immer einen Aufbau gemacht, da war ich noch auf TRT, also ich habe ja, bei Reis Advice, Danny, ich habe ja ärztlich prescribed TRT, seit ich 20 bin, so bin ich eigentlich mit dem ganzen Ding in Kontakt gekommen, so und da habe ich davor mal so einen Aufbau gemacht halt und habe irgendwie dann, keine Ahnung, bei einer niedrigeren Menge an Kalorien, das waren so viereinhalb oder so, das ist hier heute easy, aber bin jetzt an meine Grenzen gestoßen und dann habe ich mir jeden Tag, habe ich mir zum Beispiel so einen fetten Topfenstrudel reingefetzt und da Kakaomilch dazu, ja, einfach, einfach um die Kalorien reinzubekommen und sowas, ja, und das, 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 das reitet einen dermaßen in die Scheiße, weil dann isst du so den Topfenstrudel und dann, ja, wird die Verdauung wieder schlechter und du hast eigentlich sogar keine intakte Verdauung wirklich, weil du hast wenig Ballaststoffe, du hast da irgendwie gerade einen halben Liter Kakaomilch gesoffen, was natürlich dann auch nochmal die Verdauung verlangsamen kann, nur Molke, Protein, Casein, wie auch immer und ja, das ist alles ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Also das ist vielleicht so der häufigste Fehler, den ich sehe bei den Leuten, die Probleme haben mit dem Appetit, aber du wirst jetzt da ein bisschen in der Nähkästchen vielleicht noch was erzählen können, bevor wir dann schlussendlich wirklich jetzt auf Problemlösungsstrategien eingehen. Bevor wir zu dem Punkt kommen, ich habe auch so ein Lebensmittel gehabt, mit zarten 17 Jahren bin ich mit ungefähr 60 Kilo in meine Bodybuilding-Reise gestartet und mir war einfach nur bewusst, ich muss viel essen, weil vorher gab es irgendwie mal ein Schinkenbrot und dann irgendwie mal zwischendurch irgendwie was, viel unterwegs gewesen, dann irgendwie mal den ganzen Tag nichts gegessen, abends dann mal wieder was, also mehr als suboptimal und dann war mir klar, ich muss jetzt erst mal viel essen und viel Kalorien reinbringen. Damals gab es keine Möglichkeiten, sich irgendwie Informationen zu beschaffen, wie ich das gerne gehabt hätte, dementsprechend habe ich mal geguckt, was hat denn viele Kalorien und ich bin auf eine Sache gestoßen, die mir ziemlich gut geschmeckt hat und das ist diese hier, dänische Vanillesoße von Mathilde. Kennt ihr die? Die Zutatenliste, ich kann mich noch grob erinnern, ist irgendwie so Sahne, Zucker, Ei, keine Ahnung, also irgendwie so richtig, richtig geil. 50 Gramm Zucker, 50 Gramm Fett so auf 100 so gefühlt und damit waren die 100 Gramm dann auch voll und da habe ich mehrere Kanister von am Tag getrunken, die begrüßt an meine Mama, die hat das Zeug nämlich immer rangekarrt, weil ich hatte ja mit 17 noch keine Kohle dafür und die hat sich immer gefragt, was er da jetzt holt, also wie andere Familien so Milchstiegen gekauft haben, ist sie immer mit den Mathilde Vanillesoßen nach Hause gekommen, hat mich dann auch sehr, sehr schnell von 60 auf 90 Kilo gebracht, hat wunderbar funktioniert, auch wenn es nicht wirklich schön war, aber es hat, also Gewichtszunahme war auf jeden Fall da, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, das ist vielleicht nicht ganz so optimal, das ist übrigens auch der Zeitpunkt, zu dem ich mich fast umgebracht habe, um nach dem Training, damals gab es noch so flüssige Aminosäuren, kennt ihr die noch? Die haben geschmeckt wie tot, also wirklich und ich habe mir das immer in so kleine Becherchen gemacht und so und mir war das so extrem wichtig, dass ich dann nach dem Training diese Aminosäuren-Plörre da trinke, wo ich fast von gestorben bin vom Geschmack her und das war mir extrem wichtig, aber den ganzen Tag Vanillesoße getrunken, so in dem sind, da sieht man mal wieder, wo die Prioritäten lagen, aber ja, Appetit ist ja bei mir so ein Thema, wo ich eigentlich nie so wirklich Probleme mit hatte, weil jetzt hier spezifisch auch Vitamin B12-Injektionen angesprochen wurden. Ja, muss man ganz klar sagen, funktioniert schon in einem gewissen Rahmen, hier muss man jetzt aber wieder vorsichtig sein. B-Vitamine sind wasserlösliche Vitamine, das heißt, wir haben jetzt hier nicht die Gefahr wie bei Vitaminen A, D, E und K, das sind die fettlöslichen, dass wir hier dementsprechend toxische Erscheinungen haben, wenn wir davon zu viel konsumieren, aber auf der anderen Seite ist jetzt mal die Frage, habt ihr beiden schon mal ein Blutbild gesehen, wo der B12-Spiegel zu niedrig war, außer jetzt in speziellen Einzelsituationen von veganen Lebenden, die jetzt wirklich sehr, sehr eingeschränkt sind aufgrund von Intoleranz, unverträglich, nicht Intoleranz, von Unverträglichkeiten oder so, sehe ich persönlich eigentlich nie. Holo-Trans-Colabamin ist da der Wert, den man testen sollte, also nicht einfach nur B12 im Labor angeben, sondern Holotrans-Colabamin, das ist sozusagen das bioaktive, der bioaktive B12-Fert, den ihr checken wollt und alleine durch die ganzen Energydrinks heutzutage und so weiter, wo ja B12 in Überschuss drin ist, ich sehe in jedem einzelnen Blutbild, dass der B12-Fert eigentlich maximal ausgereizt ist und dann wird natürlich die B12-Injektion nicht viel bringen, das muss einem schon klar sein. Wenn wir aber einen Fall hätten, habe ich in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich angewendet bei Coaching-Klienten, wo der B12-Spiegel ausbaufähig ist und ihr gebt dann mal eine Vitamin B12-Injektion rein, wo ich jetzt ganz bewusst keine Dosierungsempfehlung gebe, weil das müsst ihr davon abhängig machen, wo euer Spiegel ist, dann kann das extrem dabei helfen, den Appetit zu steigern und ist auf jeden Fall mal eine Sache, die man mal probieren könnte. Also was ich, ich würde vielleicht mal noch was anderes als Gegenperspektive geben aus der Perspektive eines schlechten Essens, auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was Chris gerade angesprochen hat, Appetit auch durchaus als Bio-Feedback zu benutzen und nicht nur zu sagen, ich habe gerade keinen Appetit mehr, ich muss irgendwie die Möglichkeit finden, noch mehr reinzuschaufen oder noch mehr Hunger zu erzeugen sozusagen, sondern das auch irgendwo als Settingpoint zu sehen halt. Das ist auch was, wo ich mich früher oft gegen die Wand gefahren habe und was sicherlich auch zu einem guten Teil zu meinen, ja, bis vor eineinhalb, zwei Jahren mindestens jährlich wiederkehrenden Enddarmentzündungen beigetragen hat, einfach noch mehr drauf zu hauen halt. Teilweise noch damals, da gab es auch keinen richtigen Cream of Rice oder sowas halt, da gab es auch dieses Reispulver, das einfach nur im Shake, wirklich wie Sand runtergesoffen und sonstigen Scheiß und da auch wirklich sich mal zu fragen, was gibt mein Körper mir gerade für ein Feedback, was gibt mein KFA und meine Entzündungswerte etc. mir für ein Feedback, bin ich vielleicht in dem Punkt, in meiner Aufsichtung, wo ich immer drüber nachdenke, ist es jetzt sinnvoll, noch einen Punkt zu finden oder einen Weg zu finden, noch mehr reinzuschaufeln oder sollte ich vielleicht mal eher sagen, stopp, ich habe hier vielleicht ein Problem drunter liegen. Es gibt Leute, wo man sagen muss, jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr, jetzt muss es hier halt eben reingehen sozusagen. Aber es gibt, finde ich, auch gerade für Enhanced Athleten den Sweet Spot, wo man einfach mal sagen kann, hier darf es auch mal stehen bleiben. Ich meine, wir sind irgendwie, wir sind bei mir seit Wochen konstant in dem Szenario, wo sich an meinem Gewicht nicht viel tut, aber es trotzdem unstreitbar einfach vorangeht und ich da bin, wo ich sage, hey, ich bin eigentlich gerade gut gesättigt, an Tagen, wo ich ein bisschen mehr Stress habe, wo das Mealtiming jetzt nicht oft ist, aber ein bisschen verschoben, da muss ich schon ein bisschen drum kämpfen. Passt so, muss man jetzt nicht zwingend in mehr reingeben. Vielleicht nochmal das so als wichtiges Ding und mal wieder, wir kommen wie beim Insulinsensitivitätszimmer nochmal auf die einfachste Antwort, fucking Schritte, bewegt dich zehn Minuten nach deiner Mahlzeit und wenn in der Volumenkreis geht. Ach, je langweiler, die Leute wollen wissen, was sie jetzt machen können, um ihren Appetit durch die Decke zu jagen. Masse Shakes mit Butter und Öl. Ja, GHRP6 in Unmengen. Ich wollte nämlich gerade sagen, was haltet ihr von GHRP6? Wirkt definitiv besser als GHRP2, sind wir uns glaube ich einig, aber was ist zum Beispiel auch mit Bolde? Habt ihr natürlich nur bei anderen Leuten, so im Bekanntenkreis, mal irgendwie die Erfahrung gemacht, dass es jemandem geholfen hat? Tatsächlich nicht. Nee, also ist immer so dieses Dogma, mach Beute so, dann kriegst du Appetit. Sehe ich persönlich gar nicht, aber GHRP6 auf jeden Fall. Ja, nee, also nee, das ist also, mein Schwager hat da in allen Belangen Blutdruck und Blutdicke Probleme sozusagen, die auch jegliche potenzielle Appetitanregungen überwinden würden sozusagen oder überwiegen würden. Das GHRP6, das habe ich auch schon mal das ein oder andere mal gehört, dass es potent wirken kann. Ich würde halt eben immer gucken, das Wichtige ist halt eben so ein bisschen Angriff an dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn ihr euren Appetit auf welche Art und Weise auch immer weiter stimuliert, das kann man sicherlich tun, aber achtet auch auf euer Verdauungsfeedback, weil am Endeffekt bist du auch nicht, was du isst, sondern was du aufnimmst. Und dementsprechend müsst ihr jetzt halt eben gucken, wenn jetzt ein Weg findet, euren Appetit zu stabilisieren, lieber und mehr zu essen, ist denn euer Biofeedback nach der Einnahme mit allem, was da quasi dauernde Speiseröhre passiert sozusagen, auch noch positiv? Ja. Ich bin voll bei dir, Fabi. Ich unterschreibe ja die ganzen Punkte auch so. Man sollte halt eigentlich eher vernünftig vorgehen, vernünftige Lebensmittelauswahl, die auf dich passt, dass so Probleme gar nicht erst entstehen, ein gewisses Maß an Spaziergang nach den Mahlzeiten und so weiter, bin ich ja voll dabei. Trotzdem gibt es irgendwann Situationen, wo das alles abgedeckt ist und du musst weiterhin Wege finden. Auch diese Zielgruppe können wir ja mal ansprechen, weil wir machen auch natürlich sehr viel Content irgendwie, was Anfängern hilft und so weiter, einsteigern, da jetzt erstmal die Richtung zu arbeiten. Aber wir haben ja auch viele Zuhörer, was mich auch sehr freut, die auch genau in diesem fortgeschrittenen Stadium sind und halt genau mit solchen Problemen kämpfen. Die haben schon alles optimiert, sind schon bei sieben, achttausend Kalorien, müssen jetzt aber trotzdem irgendwie zusehen, dass das weiter läuft, weil sie einfach noch mehr nach oben wollen. Ich selber war schon oft in der Situation, musste aber zum Glück nie um meinen Appetit kämpfen, der war immer da. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das für manche eine krassere Challenge ist und die sich jetzt denken, danke Fabi, dass du mir den Spaziergang empfiehlst, aber den mache ich in dem Sinne schon viermal am Tag und da denke ich, ist es auch einfach mal wichtig, dann ins Verhältnis zu setzen, okay, in diesem Extrembereich, was kann man noch machen? B12-Injektionen, GHRP6, diese ganzen Geschichten mit Enzymen und Betain zu arbeiten zu den Mahlzeiten, um dafür zu sorgen, dass die Proteine auch dementsprechend schnell wegverdaut werden. Das sind alles unglaublich wichtige Punkte, die halt helfen können, in Kombination auch mit einfachen Tools wie zum Beispiel dem Reissirup, den habe ich schon mal in meinem Kohlenhydrat-Video vorgestellt. Unglaublich geiles Tool, was auch nochmal helfen kann, gewisse Last rauszunehmen und so weiter. Das sind schon alles wichtige Sachen. Natürlich sollten die erst kommen, wenn alles andere optimiert ist, gar keine Frage, aber es wird sehr viele Anwender geben, die genau diese Sachen halt brauchen. Nee, also ich bin hundert Prozent bei dir und ich würde da vielleicht auch nochmal eben auch nochmal von der Basic-Seite kommen und zu sagen, immer erstmal guckt euch, oh, das ist mein Release-Wecker, Entschuldigung, es ist gerade ein Video zu Reiberextensions rausgekommen, zu dem Zeitpunkt schon lange. Nee, also immer erstmal bei Lesmittel, guckt euch euer Lebensmittelvolumen an. An meinem eigenen Beispiel, wir haben jetzt bei mir noch jede Menge zum Beispiel auch Kartoffeln und Haferflocken drin. Wenn ich jetzt irgendwie, das wäre jetzt wahrscheinlich auch genau unser Szenario, wir hätten in so Christi schon genau darüber gesprochen halt. Wenn wir jetzt sagen, Kalorien müssen hoch, würden wir höchstwahrscheinlich anteilig Haferflocken und Kartoffeln gegen Reis und Reisflocken eben reduzieren, um das runterzubringen. Auch noch eine Möglichkeit, wo man eben einfach mal gegenkompensieren muss, habe ich es gerade auch letzte Woche zum Beispiel eben mit dem Athleten gemacht. Gemüse runter, dann muss ich halt eben nur gucken sozusagen halt Mikronährstoffe eben potenziell durch Supplementierung abdecken, Ballaststoffe potenziell durch Akazienfaser oder whatever eben noch zusätzlich abdecken. Auch da kann man eben sagen, man kompensiert die Ballaststoffe eben durch Supplementierung, man kompensiert Mikronährstoffe durch Supplementierung. Also die Gemüsebasis sollte erhalten bleiben, aber Danny eben mal genau in deinem Extremszenario sprechen halt. Dann muss halt mal ab und zu eventuell auch im Worst Case die Gemüsezufuhr ein bisschen leiden und man muss das halt eben über andere Faktoren zufügen. Deswegen jetzt auch so Top-Dinger, die man wirklich eben erstmal so am untersten Fundament sozusagen implementieren kann. Man muss sich halt immer vor Augen rufen, je weiter man in dem Sport kommt, und da reden wir ja irgendwann von Leuten, die schon alles optimiert haben, desto drastischer werden halt einfach irgendwo die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um noch weiter voranzukommen. Über diese Punkte sprechen wir selten, sollten wir aber vielleicht irgendwann mal, weil ich glaube auch für alle, die da nie hinkommen werden, ist es trotzdem mal interessant, diese Einblicke zu bekommen, weil viele da auch gar nichts darüber sprechen. Auch die ganzen Herausforderungen, die man da vielleicht selber mit sich und seiner Moral so abmachen muss, ob man diese ganzen Punkte dann auch so eingehen will und so weiter, sind ja auch nicht ohne. Ihr seht immer nur das Endergebnis so letztendlich, aber seht ja auch gar nicht, was damit alles in Verbindung steht. Teilweise, wo wir uns halt echt irgendwie vielleicht schlaflose Nächte machen oder so, ob wir diesen nächsten Schritt jetzt wirklich noch gehen wollen und dann letztendlich wahrscheinlich in 90 Prozent der Fälle sagen, ja, wir machen es jetzt verdammt nochmal, den können wir jetzt auch noch machen, so ungefähr. Aber ja, es gibt diese Punkte so. Und wie gesagt, am Ende kommt es halt nicht mehr nur darauf an, so habe ich jetzt alles maximal ausgereizt, sondern da muss dann irgendwo auch eine gewisse Brechstange dann irgendwann mal ran, wenn ich halt über ein bestimmtes Level hinaus will. Ja, hundertprozentig. Und ich meine, irgendwo wird es ungesund werden. Und da ist auch, also ich meine, da ist auch so, ich hatte es gerade witzigerweise, ich habe gestern einen Podcast mit der Martina Ollisch gemacht und da war die Frage, kann eine maximal gesunde und performanceorientierte Ernährung Hand in Hand gehen? Nein, nein. Man kann eine performanceorientierte Ernährung so gesund wie möglich gestalten. Aber eine performanceorientierte Ernährung wird niemals maximal gesund sein. Und auch Bodybuilding mit dem Ziel maximaler Muskelaufbau, egal ob enhanced oder unenhanced, wird auch niemals maximal gesund sein. Hundertprozentig nicht. Das Ungesundeste am Bodybuilding ist mit Abstand das Körpergewicht. Ja. Wo was die Leute mal gar nicht auf den Schillen haben. Du kannst auch sehr schwere Naturalathleten nehmen, die einfach auch vielleicht mit dem Körperfett ein bisschen höher sind, dann auch irgendwie bei 110 Kilo rumrennen oder so. Das ist auch nicht gut. Da kann es so natural sein, wie du willst. Da wird jemand, der dementsprechend nachhilft, aber vielleicht vom Körpergewicht niedriger ist, weil er halt seinen Körperfett besser unter Kontroll hat oder so, vielleicht unterm Strich sogar gesünder aufgestellt sein. Muss man sich auch mal so vor Augen rufen. Das sind gar nicht immer so diese Sachen. Die spielen natürlich auch eine Rolle. Klar, die spielen da negativ mit rein. Aber ein ganz, ganz großer Risikofaktor bei dem ganzen Spiel hier ist halt einfach nur mal Körpergewicht und die damit einhergehende Belastung auf den gesamten Gesundheitsapparat. Ja. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Und ich finde, da können wir ja nochmal. Also, wenn ihr noch Fragen für Extremszenarien habt oder was auch immer jetzt noch sie an Fragen ergeben habt, haut das in den Podcast rein. Wenn wir hier gleich aufgelegt haben, werden wir auch schon wieder unser nächstes Date hier fixieren. Dementsprechend lasst es uns wissen und wir tun, wie immer unser Bestes, die Fragen nach und nach alle aufzuholen. Wobei ich glaube, wir haben schon echt, echt jetzt viel, viel gecovert. Ja. Dementsprechend. Auch da kann die Organisation im Hintergrund, falls ihr der Meinung seid, wir haben irgendwelche Fragen ausgelassen, sehr gerne sammelt die zusammen. Packt uns die hier nochmal als Kommentar drunter. Vielleicht sind wir einfach nur zu doof oder hatten zu viel zu tun. Wir machen das ja gerne. Wir freuen uns ja auf eure Fragen. Dementsprechend haut die gerne nochmal drunter und dann greifen wir die auf. Ist gar kein Problem. Vielleicht auch irgendwie technisch. Ich habe jetzt auch mal für mich schon. Ich glaube, wir alle gehen nämlich über das YouTube-Studio rein oder zumindest oftmals halt. Und im YouTube-Studio kriegt man auch keine Sortierung nach meistgelikten Kommentaren. Wir scrollen durch und gucken, was uns eben über den Weg kommt. Also wie du gesagt hast, also gab ja einen Top-Kommentar, dass wir doch einige gelikte Fragen nicht beantwortet haben. Haut sie hier in diesem Podcast rein. Keine Ignoranz unsererseits. Keine Ignoranz. Ansonsten, Leute, vielen lieben Dank, dass ihr die Runde mit mir hier voll gemacht hat. Hat mir einen weiteren Entladetag verkürzt. Nicht so sehr, was Essen nachzudenken. Ja, wenn die Folge draußen ist, können wir uns dann hoffentlich in der nächsten Stunde über freudige Nachrichten unterhalten. Für mich geht es jetzt erstmal in den Endspurt für Prag. Heute ist Dienstag, ne? Ja. Das heißt, je nachdem, was morgen früh, Waage, Optik und so weiter sagt, wird dann schon entschieden, ob die nächsten Kohlenhydrate nachgelegt werden oder ob noch ein bisschen gewartet wird. Je nachdem, das mache ich halt sehr reaktiv. Genau. Und dann werdet ihr dann erst danach wieder was von mir hören. Sehr geil. Ja, wir wünschen auf jeden Fall jetzt schon mal offiziell hier alles Gute. Wäre eine coole Show. Ja. Die wird sie via Livestream verfolgen. Amikauf. Und vielleicht sehen wir die ja mit Siebaum auf der Bühne. Das wäre doch was, ja. Das wäre so geil. Das wäre schon gedacht. Vielleicht ist Schicksal das jetzt die letzten zwei. Ja. Das ist jetzt am Wochenende, was das heißt. Sorry. Who knows. Ja. Wir wünschen es dir. Let's go. Auf geht's, ja. Leute, danke fürs Dabeisein. Haut Fragen rein. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ja.